komisch naja, mein internet ist es nicht, das ist twitch aber why? why? oder immer noch bei mir kommen jetzt gerade 6 mbit an aber ist immer nur rot bei twitch, ne? bei OBS nicht verbindung getrennt, alter hallo? hilfe wie, du hast verbindung getrennt? das steht jetzt bei OBS aber es kommt immer noch an ich habe eine Latenz von einer Sekunde zu dir und der Stream ist live okay ah, jetzt ist es hervorragend yeah jetzt geht jetzt geht jetzt geht jetzt geht hallo chat ja nicht ihr seid nicht der chat ihr seid hilfsbauarbeiter coole idee was für coole idee ich kann nicht mehr es ist wieder instabil alter aber 6 mbit und immer noch eine sekunde delay zu dir why are you mad it's only game oh was sagt denn mal wenn da im chat jetzt ist wieder i don't understand it this is not my language jetzt geht wieder jetzt jetzt ist ja super grüße an den übergang wir bauen heute nicht xrp heute geht genix alter heute ist tot ich zeig noch mal und noch mal wir bauen heute den yankee park in ne mod pommes warum tot weil weihnachtdingsbums ist heute geht genix hier ist ja eklig da gehen leute zu ihren familien mein körper tut einfach nur weh ich hoffe das bleibt jetzt so das willst du vielleicht nochmal dein stream erklären dass du das ganze schon einmal gemacht hattest ach so ja ich habe heute schon alles gemacht hier aber musste alles wieder löschen weil ich habe was falsch gemacht deshalb den dicken dublo maxi kann man so sein entschuldigung das habe ich halt marvin noch nicht geschrieben jetzt weiß er es nämlich auch der affe mit dem schnacken da guck mal hier und wieder zurück so wir machen heute den yankee park ich habe auch schon ein paar sachen entfernt und ich musste alles wieder neu machen sah richtig wild aus das sah echt extrem gut aus und ich habe nicht an den chat gedacht ach so ja stimmt ich habe doch ein bild wo ist das unos momentos micos discord ja ja mhm wieso ff foto ähm oh der teams wie drüben macht mich fertig auch eigentlich zufügen hinzufügen fx Dankeschön, Max Guck mal, so sah das aus So sah das aus Musst dich alles wieder wegmachen Der grüne Zaun kommt auch hin Hallo, Matze, hallo, hallo, es geht, hallo Aber ich muss das Spiel ändern, ne, ich geh schon mal einfach Grand Theft Auto Hat ja was mit GTA zu tun Ja, gibt ja auch eine Kategorie mit, einfach nur Grand Theft Auto, ne Nö, egal Klingt doch bestimmt voll schnell, ne, das hat ein bisschen gedauert Kommen noch Sniper-Türme, ja, ich hab mir gedacht, wir machen hier oben ein Und hier vorne machen wir ein Dann, wenn uns einer brettern will Und hier machen wir auch eine Leiter hin Und Bunker bauen wir hier unten auch Da hinten hab ich schon was gebaut Das ist unser Death Star aus Star Wars Wenn uns einer richtig auf den Sack geht Ah, da kommen noch die Geschütze oben rauf, ne Ah, Mann, Alter, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Wo fang ich jetzt am besten an, was hatte ich denn nochmal Ähm Heli aufs Dach für die Jute Dirty Zeit, let's go Jetzt muss ich die ganzen Props, die ich vorher benutzt hab, wieder raussuchen Ja Warum bin ich online gegangen, ich Idiot Kommen, da haben wir zum Beispiel das hier Und ich muss immer drauf achten, dass das Ich bin schon wieder nicht Dings, ne Ja, siehste, da muss Das ist halt das, was dir vorhin halt alles gekostet hat, die ganze Arbeit, ne Deshalb nehm ich das Oh, oh Näm ich das wieder Und verändere das einfach zu dem Und dann ist er drinnen, okay Okay Oh, ne Kurdis Hallo Kurdis Du kannst auch die Flächen zwischen zwei Achsen, ähm, markieren Du kannst zum Beispiel, ähm, auf der geraden Ebene gleichzeitig verschieben Mir egal Okay, sorry Wir gucken erstmal nach Props für den Tisch kurz So weit hier zum Beispiel Der Marvin will in den Channel Nein Ja, ähm, Marvin, ich schreibst es dir auf WhatsApp Oh, ak, bitubu So weit zum Nein Geh weg Marvin muss ja auch ein bisschen Kurdis flamen, wenn da irgendwas falsch ist Hallo Hallo Ich bin voll der Experte, Mann Jetzt muss ich mal drauf achten Paper ist drin, okay Hallo übrigens und wunderschöne Weihnachten und was man nicht alles sagt heute Ich hoffe, ihr hattet gestern einen wunderschönen Tag Ihr hattet, äh, ganz schöne, ganz schönes Fest mit euren Familien Hattet ich noch am Tisch stehen Tagsam Hallo Hallo War hier, ne? Äh, wenn du da jetzt ein Objekt auf dem Tisch platziert hast, ne? Ja Klick mal, oder halt mal irgendwie den roten oder den grünen Pfeil gedrückt Und man macht dann mal STRG C, STRG V Dann hast du nämlich direkt auf der Höhe, kannst du ein neues Objekt nehmen und bist fertig Stimmt Dann brauchst du das nicht alles neu machen Ich hatte ne Bon, hatte ich auf dem Tisch hier stehen Und jetzt kann ich quasi das wechseln zu der Bon, genau Dankeschön Frau Weihnachten Irgendwas hat sich noch, boah, jetzt bin ich aber nervös hier, du Ich bin auch wieder im Mute Ich wünsche dir noch viel Spaß Das war's auch schon wieder, mehr wollte ich gar nicht Ne, mehr wollte ich auch nicht Na, hör mal Ich hatte irgendwo so ein Geldbag gefunden Mann, der da hier sagt Okay, hab ich Zack Kann man so lassen, mehr braucht man da nicht So, und war die Couch zu hübsches für den Park Und ich mute mich wieder Auszusehen Kein Bag, Mann Ne, das soll ja die Ecke sein, wo wir Dings chillen Wenn ich mir jetzt das hier angucke, ne Das Objekt Ja So, dann hab ich den Prop-Name da vorne Den kopier ich mir Dann geh ich zum Beispiel jetzt wieder hier auf das Ding Äh, ja Guck, ob das in der Liste drin ist Paper, paper, okay Und tauscht das gegen Ah, ha, 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 ha Geil Dann hatten wir das Feuer hier Was ist das hier Das tausche ich direkt um Das ist auch drin Warum ist das eigentlich immer die gleiche Mucke? Wir hören einfach EDM Schöner an dem Ding Damit der doch alles abfackelt Damit die Feuerwehr kommen, sagst du, ja? Ja Hab ich jetzt ein Warte, ich hatte da ein Screenshot Lucky, wo ist der? So, da Ah, 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 okay Okay, ja, stimmt Stimmt, stimmt, stimmt Ja, mhm Mhm, okay Ich weiß Bescheid Wir hatten nämlich auch eine Mullertonne Und natürlich finde ich die mal wieder nicht, die ich vorhin hatte So, mal die hier Ah, nehmen wir die, die hat auch ein Ding Die Mucke geht mir schon auf den Sack Jetzt machen wir die leise Guten Abend übrigens an alle Ich glaube, mit der Tast kannst du die blablabla Lass das mich selber rausfinden Ich fühle mich gerade wie in einem Fortnite-Stream mit der Musik Ah, die Klappe Jetzt muss ich da Dings finden Codewalker heißt das Programm Jetzt muss ich das so verfinden Ich hatte alles fertig, Alter Und dann habe ich erst daran gedacht Eigentlich hätte ich das streamen können Und zum Glück habe ich verkackt Weil jetzt kann ich jetzt streamen Was ist denn das? Ach, ich nehme einfach den hier Scheiße Keine Ahnung, wo die Mucke läuft, oder? Ich kann nichts anderes hören Sorry Sorry Fehlerdaten hier in der Ecke benutzen wir nicht die abgefuckten Möbel Das machen wir gleich Für die Yankees Das wird das Sofa der Reichen Beziehungsweise der Schlauen Deshalb kommen da Ja, das gefällt mir Deshalb wird das umgetauscht Doch da sitze ich immer Hier kommen Bücher hin Weil derjenige, der da sitzt, ist mega schlau bei uns Und der braucht Bücher Der mit der Lektüre hat Nehmen wir die hier Und der immer was zu lesen hat Ja, ich bin schlau aus dem Junkie Pack Und der Jun ist eigentlich auch schlau Ja Okay, die Mucke geht mir auf den Sack Wie heißen die Reifen jetzt nochmal Aber ich kann ja gucken gehen Rupf 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 Was kackt ab, Schatten? Was quatscht du mich da? Was labern, ja? Nick, lügt der? Nick, hallo? Warum bin ich schon wieder gemutet? Ey, diese scheiß Taste, ne? Natürlich lüge ich, ja klar lügst du. Mir gibt's kotze, ganze Bow volle Essen. Po, same, Alter. V8 Bitubu. Ähm, wir brauchen ne Pflanze, damit das schmuggelig aussieht. Nehmen wir einfach dir. Hallo? 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 Ja, Demba, ich baue, baue mein Zuhause. V8 Bitubu. Ich muss immer darauf achten, dass da doch hier drin ist alles. Aber es... Redney, keine Ahnung, wo die Waschmaschine hinkommt, aber die können wir gleich irgendwo hinboxen. Die können wir hier hin tun. Guck mal, die haben wir im RP geholt. Aber alles gerade in Stellen sieht auch immer scheiß aus. Wir brauchen irgendwas, was wir in die Badewanne tun können. Da wird nochmal drüber geguckt, schattenbunt. Aber nicht wegen den Objekten, die ich reinklatsche, sondern wegen anderen Sachen. Weil man kann hier viel verkacken. Nein, wir machen keine Graspflanzen oder so dahin. Ergibt gar keinen Sinn im RP. Wenn die Cops kommen, sehen die die Pflanzen und so. Und die können die weder zerstören, noch können die jemanden belangen dafür. Also, ergibt gar keinen Sinn. Irgendwie Drogen oder so dahin zu tun. Wir brauchen kein Dixi-Klo. Wir haben da hinten Toiletten. Die hat der Juri extra gemacht. Aber wir könnten... Moment. Weil da sieht das keiner. Ich guck mal eben. Ich hab ein bisschen Angst, das zu zeigen. Ich bin ganz ehrlich. Für einen Theker und für einen Finn machen wir was. Und was kommt jetzt? Tun wir in eine Waschmaschine rein. Da freuen die sich. Wenn man das überhaupt sieht, Alter. Aber sieht man gar nicht. Dann tun wir das neben dem Mülleimer. Ja, das sieht man wohl. Versuch mal auf das Viereck zwischen dem Blauen und dem Grünen einen Pfeil zu drücken. Was? Wo da? Wenn du in der Bewegungsansicht bist. Dann kannst du zwischen die beiden Pfeile drücken auf das Viereck und dann auf den beiden Achsen gleichzeitig verschieben. Da sieht man echt schlecht, Mann. Wir tun halt einfach neben Dings. Da freuen die sich. Ich kann ja eigentlich im Prinzip alles aufmachen. Aber guck, da ist nichts drin. Da müsste dann gebaut werden. Boden und so ein Crutch. Die Waschmaschine. Zack, zack. Ach ja. Wir machen auch hier hinten für Leute, weil wir sagen ja ganz oft im RP so, da muss man irgendwie AFK oder so ein Quatsch. Dann ist das eigentlich immer dumm, sich in eine Ecke zu stellen. Deshalb habe ich mir überlegt. Warte mal, ich muss mal gucken. Okay, ist drin. Schnell umtauschen, das Moped. Machen wir hier hinter der Telefonzelle. Vorne an der Straße kommt auch noch einer hin. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie groß ist der Charakter. Ja, so ungefähr wie die Tür, ne? Ja, kommt hin. So, das hatten wir vorher auch so. Dann hatten wir hier ne Lampe. Matratze und die ganze Kacke machen wir gleich. Immer mit der Ruhe. Ich versuche da Dreh zu konstruieren, was ich vorher gemacht habe. Was ist denn die Industrielampe? Boah, stimmt. Gut, dass das sagt, Shorty. Speichern. Hab ich. So, Lampe. So, Lampe. Beim ersten Mal schiefgelaufen, es gibt so eine Y-Map, nennt sich die, und dann hab ich andere Sachen verschoben und hab quasi meine Objekte in einer anderen Datei gespeichert. Und nicht in der Datei, die hochgeladen wird. Also hab ich quasi alles nur sonst gemacht. Mein Weihnachten war chillig. Sehr entspannt. Wie war euer Sinn? Und dann hab ich die Lampen. Und dann hab ich die Lampen. Was hatte ich denn noch hier? Ich glaube, das... Ach nee. Brauche ich nur ein bisschen. Ich feiere kein Weihnachten. Gibt es sowas wie eine Markise? Hallo, was ist eine Markise? Was ist denn hier los? Wir mappen, Bruder. Eine Rollo. Eine Rollo? Ja, ja. Das soll ich denn mit einem Rollo? Das soll ich mit einem Rollo? So eine Trennwand oder so, keine Ahnung. Ach so, ja, ja, ja. Das machen wir gleich auch. Ah, so eine Abdeckung. Okay. Ach so, ja, Gibbit aber hat keine Funktion. Wenn ich das reinmachen würde, würde es trotzdem da durchregnen. So, ja. Okay. So, ja, ja. So, der Chat, ihr könnt jetzt entscheiden, ob wir hier einen Wäschekorb reinlegen. Haut raus. Nee, den Dings lassen wir da, den Pips. Rechts. Tiger, Piss, Wasser, Socken. Ihr könnt euch aussuchen, wenn ihr wollt. Baby-Puppen. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Doch, gibt es. Es gibt Puppen? Ja, ja. Hä, was für... Ich guck mal. Was ist denn, Objektname? Müsste Puppet sein, wenn dann... Findet der gar nichts? Okay, warte mal, wir machen... Ich find nicht mal einen Teddybär. Ach, doch, da. Okay, einen Teddybär. Ist aber ziemlich groß. Das ist Milas Teddybär. Versuch mal Doll. Stimmt, anderes Wort für Puppe. Doll. Äh, Doll findest du viele Sachen. Kannst du auch eine Sexpuppe hinlegen, wenn du Bock hast. Habe ich schon gesehen. Nehmen wir die Puppe hier. Ändern wir die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Junge. Da legen wir die Puppe so rein. Okay. Noch irgendwas? Oh mein Gott. Rubber Ducky. Gib es nicht. Duck? Ne, gibt's nicht. Ich guck mal, ob es Socks gibt. Gibt nicht. Es gibt eingerollte Socken. Ja, gerollte Socken, gib es. Kann man machen. Machen wir rein. Das sind die Socken von Therese, wenn der wieder einsam ist. Lohnt sich halt überhaupt nicht. Die eigentlich reinzumachen, wenn man die nicht sieht. Und dafür verschwenden wir quasi ein Objekt. Wir können gleich noch was anderes auf die Waschmaschine tun. Naja, die Socken sind los. Was kann man da reintun? Gartenzerk. Aber wie heißt denn das auf Englisch nochmal? Gucken, ob ich den Zwerg finde. Ah, hier hab ich ihn. Den nehmt. Den hab ich auch damals für ein Dings benutzt. Der zeigt nämlich seinen Popo. Ist auch groß, ne? Ich würde den eher dann auf den Dings tun. Ich würde den Zwerg. Was passiert hier? Hier sind die Junkie-Packen mitten. Boah. Obwohl, das kann eigentlich so bleiben. Nein, keine Drogen. Das ist richtig schwer auszuspielen im RP. Wenn da irgendwie Gras liegt oder so und ein Fischer oder irgendein Kopf mal vorbeikommt und die schleichen nur nachts bei uns rum. Ja, ich könnte dann noch... Paul Agbitubu. Agbitubu. Die haben die CPU nicht jeden Tag gegossen. Aber die brauchen ja regelmäßig viel Wasser. Junge, junge, junge Lambert, ey. Ne, das ist... Okay, eine Boombox können wir auch noch. Wir können leider nicht so viel ins Detail gehen. Äh, doch, eigentlich, wir haben genug Probes frei. So, die Müllecke ist... Warte mal, ah, da... Okay, das haben wir da. Müllecke ist okay. Tyrese hat sein Müll hingeworfen. TK und Finn sein Spielzeug. Mila ihr Teddy. Äh, Johnny hat seine Voodoo-Puppe von der Tante reingeschmissen. Basketball machen wir gleich Smashing, glaube ich hier. Hier machen wir so einen kleinen Basketballplatz hin. Den habe ich vorhin auch schon gebaut. Finde ich den Dings jetzt wieder? Ich bin Jerry. Es ist immer schwer, sich daran zu orientieren, ob das gerade ist. Der Kühlschrank kommt woanders hin, haben wir auch schon vorhin gemacht. Aber fülle ich an der Ecke nicht, kommen wir hier hin, der Zaun existiert ja eh nicht. Die Penner Zelte machen wir gleich alles, geduldet euch bitte. Der Zaun hier, sieht man überhaupt meine Maus, das hier und das hier und das da vorne, dann existiert der eh nicht auf dem Server. Hallo Sondrandi. Ich muss mal kurz das Screenshot gucken. Ach ja. Abwurr, Moment. Ich fühl den Zaun irgendwie nicht, wir machen den auch weg. BABAKU. Jetzt mal gucken. Okay. 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 Jetzt fühlte ich mich ja. Okay. 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 Sollte halt sein, dass die Hitbox zum Tisch nicht passt. Das wird aber jetzt auch ganz gut gucken. Und ich kann dass die Hat von mir deinem Koffeln hat und das mit dem Boot so einfach zwölfen. Wenn du den Streuen überwachen kannst, würdest du dann sein muss? Äh. Doch, doch. Du kannst es, natürlich. Natürlich, man guckt auf wie viel Platz da ist. Das geht. Und die Couch und die zwei Sofas, bloß der Tisch, das ist ein Objekt. Das wurde dafür gemacht, dass man genug Platz hat, um sich hinzusitzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, warte. Die Wand ist so... Unser Motto muss ja noch an die Wand. Das ist ja ganz wichtig. Kühlschrank machen wir gleich. Ich habe mangelen Platz dafür. Ich habe mangelen Platz dafür. Max, kann man Sachen vergrößern? Ja, kannst du. Aber es kann sein, dass die rumbacken, oder? Ja. Du kannst dann, wenn du in die Project Window gehst, dann kannst du XY fest einstellen und Z fest einstellen. Das reicht von der Größe. Kannst du die halt gleich groß skalieren. Beiden Achsen. Das passt schon. Affenmaske brauchen wir nicht. Wir haben hier... Wir haben den hier. CodeWorker heißt, dass wir das Programm... Jetzt haben wir Telefonzahlen haben wir, okay. Okay. Oh. Ich muss speichern. Chat, die müssen mich daran erinnern, dass ich speichern muss immer. Das Programm kackt nämlich manchmal ab. Protestzahlen. Okay. Das ist das letzte, was wir gemacht haben. Das ist es nämlich. Jetzt ist abgekackt. Zum Glück habe ich gespeichert vorher, Alter. Boah. Boah. Aber jetzt kann ich mal den coolen Übergang zeigen, der neu ist. Will ich starten kurz? Kofi, Junge, Jammer. Mein Weihnachtstag war gut. Ich hoffe, deine auch. Mehr Sitzmöglichkeiten haben wir genug. Nein, den Übergang hat MadJunk gemacht von Unity jemand. Ich arbeite nicht oft an irgendwelchen... Ich habe das damals mal gemacht. So ganz spontan hobbymäßig. Aber ich bin dafür echt zu begeistern und ich liebe sowas. Das ist mein Minecraft, Junge, in der GTA-Welt. Und... Hattet ihr alle ein schönes Weihnachtsfest gestern und heute? Merry Chrysler! Und das Moment aus? Kann ich jetzt einfach die JMAP-Datei öffnen oder... Muss ich das ganze Projekt öffnen? Du kannst das Projekt einfach öffnen. Ne, ich habe jetzt die JMAP-Datei geöffnet. Sehr gut. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Achso, ne, dann hast du aber die Default-Sachen halt von GTA, die du verschoben hast, sind ja nicht mit drin. Okay, hast recht. Dann Projekt. Oh, hast recht. Ja! Ich mache wieder den Übergang. Oh, Junge! Tschüss, Brüder! Tschüss, Brüder! Tschüss, Brüder! Und schon wieder abgekackt, okay. Sachen, die man... Warte mal, Max, ist das... Darf man Sachen skalieren? Hallo? Ähm... Jein. Bei manchen Sachen kann das Fehler verursachen. Ja, genau das meine ich nämlich. Muss ich löschen. Wir bauen den Junkie-Pack um. Muss ich löschen, das ist sein und darf das nicht skalieren. Ja, das sollte jemand sich machen. Arbeiten, arbeiten. Man kann doch richtig Spaß damit haben, Jax. Das macht übel, Buck. Jetzt könnt ihr euch ja vor... Schon wieder das Meet, Alter. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Spaß Juri und so was dabei hat, ne? Taktum! Taktum! Machen wir das Shit gleich wieder dahin. Taktum! 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 Ja, also quasi so ungefähr so. So, ne? Einen schwarzen, weißen oder orangen im Basketball? Orange. Ist der Griff falsch herum? Weiß ich nicht. Ist das falsch herum? Ich glaube schon. Ja, war falsch herum. Ne, leider. Man kann ein Skript dafür schreiben. Wir hatten auf Alternate damals, hat der Mickey so etwas gehabt, dass man Bälle werfen konnte und so. Man könnte das reinträgerätisch machen, dass man Basketball spielen kann, ja. Aber der Aufwand lohnt sich dafür nicht. Wie heißen denn die in der Grove? Schựcsteigt vorfachte. Tschüss. Ja. Okay. Ja, das ist mir schon klar, dass die Plastikstühle heißen, aber die Objekte heißen anders. Der Zaun ist auch nicht da. Abgehört gespeichert, aber Dankeschön. Komm auf die Couchposten, eins, zwei, locker vier, fünf. Hier passen sechs, sieben Leute hin, Mann. Das reicht von den Sitzplätzen. Dankeschön, Kev. Euch auch frohe Weihnachten. Enrico, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Da hast du recht. Das ist echt keine schlechte Idee. So kann man sagen, ja, wir können nicht mehr zocken, weil der Ball ist da oben. Und alle sind zu dumm, den Wunder zu holen. Die Couch ist viel zu neu für euch, deshalb habe ich doch hier alles voll gemüllt, hallo. Das passt schon. Die richtige Hardcore-Penner-Ecke kommt eh jetzt gleich. Die Hardcore-Penner-Ecke kommt eh jetzt gleich. Die Hardcore-Penner-Ecke kommt eh jetzt gleich. Ne, das sind einzelne Objekte. Da hat man nur begrenzte Möglichkeiten. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Aber man sollte halt nicht da übertreiben, weil das schon ein kleines bisschen Leistung zieht. Sonnenschein bringt nix. Einen Pool kann ich hier nicht hinbauen. Also ich kann jetzt keine Löcher im Boden machen und so. Das kann der Juri. Das sieht doch schon ganz gut aus. Speichern richtig, Dankeschön. Ab wann ist da den Game mit, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wir haben eine Feuertonne. Hier, die hier. Die brennt auch, wenn dunkel ist. Das sieht hier so ein bisschen leer aus, ne? Hier so. Aber alles voll Mülln ist, also hier in der Ecke voll Mülln ist auch nicht so cool. Ich glaube, das reicht. Die Ecke reicht. Wir haben eine Hundehütte. Ach nee, warte mal, da hatte ich ja... Moment. Wir bauen ja auch natürlich ein paar Dings rein. Weniger ist noch mehr. Ein paar Easter Eggs. Wegen Sachen, die im RP passiert sind. Muss ich nur gerade kurz suchen. Erstmal das Bild wieder. Die Wände sind zu leer, können wir gleich dorthin machen. bescheidend mal viele Gerüter. Die Wände sind auf Facebook. I cieüss. Und das Bild wird wohl noch nicht so schnell herum. curious. Dann haben wir schon immer wieder coisa... Und dannểden wir uns noch idea. Ich hole denn das Bildte. Ich kann so bleiben Ja, ich geh gleich mal rum Und guck mir Birg da an Primix dir auch Ich kann keinen 7.9 oder Ropen Graffiti dran machen, das müsste Juri machen Ich kann quasi nur das aus der Welt Benutzen, was es hier gibt Fuck, was wollte ich noch machen Achso, ja, stimmt, das hier Ja, ich kann nicht nur das aus der Welt Naja, bei der Bon machen die keinen Ärger Aber wenn wir jetzt da Marihuana-Plantagen hinmachen würden und so Das wäre schwierig auszuspielen Okay, das ist auch drinnen Kleine Sport-Ecke Haben wir die Ja, wir haben die Animation drin, ne Ich guck mal eben Moment Ich hab aber vorhin nen Boxsack gefunden Leider hat der keine Textur Ich guck nochmal Vielleicht findet man einen anderen Stimmt, speichern Ich hab's gemacht Ich hab's gemacht Ja, ich brauch nichts im Strand Ich kann Ich hab hier so ne Seite offen Wo ich das alles seh Was am Strand ist Und so n Kack Ah, der hat leider keine Textur Es gibt den hier aber vom Strand Und wieder abgestürzt Okay, das Schild macht echt Faxen Zum Glück haben wir gespeichert Mein Gott, Alter Matratze machen wir gleich alles Ein Boxring machen wir auch auf der Wiese Aber kein Ring, sondern So nen Cage Zeig ich gleich Und so nenäß Musik Ich dürfte die Schilder echt nicht wieder anpacken. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So halt, ne? Das Ding ist, du kannst halt nicht dagegen hauen. Das lohnt sich überhaupt null hier zu machen. Das wäre nur komplett für das Aussehen. So ein Boxer wäre cooler. Aber der hat wie gesagt keine Textur. Also, hätte der eine Textur, da könntest du sogar gegen hauen. Naja, der lohnt sich nicht. Wir machen den weg. Aber lass mal kurz überlegen. Fehlt dir noch irgendwas in der Ecke? Guck nach Punchback, Thiago. Ach stimmt, eine Boombox können wir da hinmachen. Aber dann weiter doch mit der Ecke. Gucken, ob wir eine große Boombox finden. Aber natürlich. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben doch schon goldene Platten verdient Mit unterschiedlichen Alben Oder nicht? Mila, stimmt! Mila hat goldene Platten verdient Mila hat sogar drei goldene Platten verdient Also echt jetzt? Mit drei unterschiedlichen Alben? Und wieder abgestürzt ist Okay, diese Wanddinger, Alter, da müssen wir echt aufpassen Schon wieder abgestürzt Kannst nicht mehr speichern jetzt Ja, Formatoren kann ich Ich will gucken gleich mal Ja, solange wir nur ein paar Objekte nicht speichern Immer ist das nicht schlimm Wenn wir von neu anfangen müssen, das wär schlimm Kurz laden Ich könnte Graffiti machen, aber ich weiß die Props dafür nicht Muss ich... Ich guck gleich mal Das ist jetzt noch harmlos, Alter Guckt euch gleich mal den Park Also lasst uns gleich mal den Park machen Da können wir dann nämlich richtig reinkicken Mit Penner-Zelten und so was, Alter Und ekelhaften Couch Und Karton als Tisch Und so eine Scheiße, Mann Das sah richtig fett aus vorhin Was haben wir denn jetzt hier nicht gespeichert? Okay, die Boombox haben wir Das hatten wir Das ist fertig gewesen Die Boom... Wo willst du die Boom... Wo soll ich die Boombox hintun? Ich find die Boombox eigentlich nicht ganz okay da Oder? An den Zaun hängen? Vielleicht auf einen Katzfong How can we do you? Schon wieder das Lied, Alter Der ist zwar groß, aber egal, warte Die Boombox уст man könnte Und dann kommt die Boombox Und dann wieder das Lied Und dann kommt die Boombox Und dann kommt die Boombox Und dann kommt die Spielbox Und dann kommt die Spielbox Vor allem nicht mehr alles gerade hinstellen, das sieht scheiß aus Ich habe Weihnachten gute Bestände, ja, und du? Bierflaschen, okay, nur Fintarys Trinkt doch hier so eine Pisse, das sieht doch gut aus So, was trinkt der doch Das sind leere Bierflaschen hier, das ist der Müll Wie gesagt, den Zaun hier und den linken dürft ihr nicht mitrechnen, der existiert nicht Schallplatten noch Ich weiß, dass du das Alter so vergisst, aber ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, Bruder Kann sein, dass du gerade jetzt gekommen bist, ist doch nicht schlimm Aber die Ecke gehört quasi nicht zum Junkie Park Hier chillen wir so, wenn wir hier sitzen Wir machen gleich noch was So, mal kurz vorher nochmal speichern Äh, ja, achso Wie viele Top-Alben hat die Mila jetzt nochmal? Das wird so übernommen, Ludi Drei? Echt, drei? Oh Schön, dass ich das auch mal erfahrt, dass man das so machen kann Speichern Naja, Mila hatte nur zwei Mila hatte nur zwei Top-Alben Ja, wovor ich bin noch dumm Also zwei oder drei jetzt Zwei Zwei reichen auch, finde ich Oder zwei Singles eher Und beide sind Gold gegangen Und das sind die hier Speichern So, wir haben die Basketball-Ecke Wir haben das Telefon hier Wir haben ein paar Props auf dem Tisch Wir haben Radio Wir haben das, das, das Nein, der Grill ist richtig diesmal Oder gehören die Rollen nach hinten? Ich weiß das gar nicht Nach hinten oder nach vorne? Naja, wir machen dann weiter beim Park, wenn wir hier fertig sind Ich frage euch nur Offener Grill, die sind viel zu groß Und die passen wirklich nicht hier hin, finde ich Obwohl, wir können mal gucken Warte Es gibt halt Ja, der ist mega klein Es gibt doch noch einen offenen Es gibt halt den hier noch Aber der passt doch gar nicht hier hin, oder? Aus dem Radio kommt keine Mucke aus, wenn man das selbst bei GTA ausgeschaltet hat Ich finde auch, dass der nicht passt Dann gibt es hier so einen Ofen-Ding Der passt auch nicht Ja, das Wort Er ist halt der am besten, sorry Ja, den könnte man besser bespielen, das stimmt schon Und das hat, ja Jeder fährt hier eine Million Karre Klar, aber das soll auch irgendwie zum Gebiet passen Das soll er so einen runden Blick abgeben Warte mal, ich habe andere Idee Wir sind doch der verfluchte Junkie-Park, Alter Und noch so eine Tasse Wir bauen uns einfach selbst einen Grill, Junge Ich sag, wie das Voll nochmal speichern Ich sag, wie das Wie ein richtiger Penner-Grill-Esser Boah, mit ganz viel Glück Ich habe da nur eine kleine Idee Moment Boah, mit ganz viel Glück Boah, mit ganz viel Glück Boah, mit ganz viel Glück Mal wieder speichern Mal wieder speichern Und wieder abgekackt Oder, oder? Oder? Ich habe schon gespeichert Ich habe schon gespeichert Mit ganz viel Glück, ne? Moment Moment Boah, das könnte sogar funktionieren Das könnte sogar brennen Das brennt sogar Ich habe schon gespeichert 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 Die Schale ist eigentlich ein Grill Unique-Only-Chat Unique-Only-Chat ist, dass du nicht fünfmal hintereinander gleich schreiben kannst Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das Feuer brennt hier unten Okay, Milas Platten Dann haben wir das Schild Eine Lampe Boombox ist auch okay Speichern Stimmt, habe ich Dann haben wir hier die Ecke Das hat mein Zap nicht angezeigt Doch, flogst du gerade Von in einer Minute Danke für den Prime-Vierten Sorry, wenn ich Wenn ich vergesse, heute vorzulesen Ich bin mega konzentriert Ultras, danke schon für zehn Gifte Zagt sogar So, hier parken ja die ganzen Autos Hier können wir nix machen Hier auch nicht Hier auch nicht Deshalb werden wir jetzt Bevor wir mit dem Park hier eigentlich anfangen Ich kann das Bild nicht größer machen Wenn ich das mache, dann crash das Ding hier Graffiti Graffiti Warte mal, ich guck mal Max, hallo Hilfe Weißt du, wo ich Graffitis finde, Mann? Die bitte? Ich suche Graffitis, aber ich finde keine Also ich finde schon welche, aber keine einzelnen Ich glaube, es gibt gar keine, oder? Wait Kann gut sein, ja Du hattest doch da was an der Wand vorne, oder nicht? Ja, aber wenn ich Das ist so ein kleines Bild Ja, ich kann Das sind halt Signs, ne? Ding-Ging, meinst du? Ja Ich könnte halt so was da noch reinklatschen Moment Boah, ich speichere lieber So was hier noch in die Wand hing Ach, das ist ein Ja, aber okay Ich kann das zum Schild machen Okay, ich weiß, was du meinst Mit, äh, mit mehreren Graffitis Weißt du jetzt, was ich meine? Ne, ja Scheiße, wenn man die Achsen immer so hässlich drehen muss, ne? Nö Angst nicht Ja, lassen wir das noch Dann sieht die Wand auch nicht so nackig aus Das passt schon Graffitis gibt es aber so keine Machen wir gleich, Rico Gucken wir gleich mal Speichere ich das auch alles richtig? Ja, ich bin heute alles richtig gespeichert Die Pflanze gefällt mir nicht Neon-Reklame, Gibbet Das muss ich gucken Neon-Gibbet Wie beim Codys Aber es gibt halt Barach Also von Biermarken Fletcher, können wir gucken Gehen, warte Ich weiß, was du meinst Du meinst die Dinger hier, ne? Naja, die sind auf dem Haus drauf Es gibt auch an der Grove Dadurch Zeig euch das mal Aber das kann man nicht weg Das kann man nicht kopieren Das hier Obwohl das eigentlich Dings drauf ist Guck du Das ist das krass Was ist das? Ich guck mal Das könnte Graffiti sein Guck mal einfach mal Was ist das denn? Das ist das Dach Oder so ein Scheiß Alter Ja, ja Das können wir nicht nur hin Jetzt sieht die Wand ja nicht mehr so nackig aus Lass das einfach so jetzt Ich glaube, mit der Ecke sind wir fertig Speichert Aber ich will mal testen Ich will nicht mehr so nackig aus Ich will nicht mehr so nackig aus Ich will nicht mehr so nackig aus Die können wir nicht hinlegen Die können wir auch nicht in der Mülltonne machen Weil das wegen dem Heft Ja, geht nicht Wegen dem Heft Das Heft schwebt dann in der Luft Können wir nicht machen Zwischen den Tüten Wir können Wir können die so als Easter Egg hier verstecken Hier so Man kann die nicht umdrehen und auf den Bauch legen Wegen dem Heft Weil das sonst in den Dings schwebt In der Luft Wir können das maximal so wie jetzt es machen So Wir lassen die da Das ist dann von Tyrese die Frau oder so Keine Ahnung Bei den drei Stühlen Den Äußern vielleicht auf die Seite legen Welchen Stühlen Die hier Ne, da sonst hier Leute hinsetzen können Ja, du meinst das quasi so, ne Dass wir die so hinlegen Das geht Aber dann nehmen wir wieder was weg Wenn wir die auf die Couch legen Auf den Bauch Aber wenn wir die auf die Couch legen Nehmen wir halt was weg Das ist halt Kacke Finde ich Und dann nehmen wir das gleiche Wir lassen die einfach da. Speichern. Also die Ecke ist fertig. Sieht doch schon gut aus. Schräg an der Couch. Nee. Die ist aber mit den Füßen in den Boden drin. Wir lassen die einfach da. Die ist kaputt. Die hat keinen Bock mehr. Nur mal speichern. Also die Ecke ist fertig. Habt ihr gespeichert. Habt ihr gespeichert. Kann man sie lassen. Warte mal. Wir sind schon fast zwei Stunden online. Das ist Maul, Junge. Das kommt mir vor wie fünf Minuten. Schnell vergegen die Zeit, Mann. V8 Bitubu. Wir haben Licht. Wir haben hier eine Lampe. Das reicht. Wir haben die Lampe hier und das Lagerfeuer hier unten da. Plus noch das Feuer hier, wenn das auch noch leuchtet. Das sieht man leider in dem Programm nicht, ob das leuchtet. Das sehen wir erst, wenn der Dings zu testen. Licht haben wir. Wo ist das? Mann, ich hätte so coole Sachen für den Boden. Ah, warte. Ja. Das heißt, ich habe noch Myers gegräst. Und dann weiß ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, diese Objekte, die Dinger kann man nicht benutzen. Ich kann mal nach einem Chirm gucken. Wie heißen die Dinger? Was heißt Sonnenschirm auf Englisch? Parasol oder so ein Shit, ne? Parasol? Give it, give it, give it tatsächlich. Boah. Nehmen wir hier so ein Hässling. Gucken wir mal, wie das aussieht. Oh, what? Oh, what? Sieht echt dumm aus. Den gibt es den... Der wird halt passen, ne? Aber dann... Ich sag euch ganz ehrlich, wenn man da sitzt, das nervt richtig wegen der Kamera dann. Das nervt echt. Ich könnte doch quasi eine Wand installieren, so. Nee, der war weg. So ist perfekt. Na ja, der Ding ist, wenn du dann da sitzt, dann clippt die Kamera da die ganze Zeit drinnen. Das ist echt doof. Also nehmen wir so ab hier, den Platz. Okay. Dann will ich vorne zwei Sachen haben. Hier. Oder eher gesagt drei. Und dann fangen wir mit dem eigentlichen Junkie-Park-Ding da an. Einmal möchte ich hier... Moment. Weil hier wird ja getickt und alles. Machen wir einmal eine Telefonzelle hin. Junkie-Park-Ding. So, speichern Hier auch da drin Dann möchte ich noch was haben Darauf habe ich nämlich voll Bock Weil wer braucht Codys, wenn du deine eigene Burger Verticken kannst, Bruder So, auf ganz ekelhafte, illegale Weise Schön an der Straße Das ist mir egal, ob du da zu viel findest Ich finde das gut Dann brauchen wir Da nochmal eine Mülltonne Irgendwo musste der Abfall hin Hotdog, egal Das war jetzt nur vorne So, jetzt fangen wir mit dem Park an Speichern Neue Burger So, jetzt haben wir mal Richtige Leder Couch hier rein Jetzt fangen wir mit dem Junkie Park an So, jetzt rein att man mir vor So, jetzt ist er die Steifen E rythene Ich finde das Ich finde das Alles Ich finde das Ich finde das Auflaut und Ich finde das Ja, warte, warte, Bruder. Wir müssen noch hier Dings... Zack, Junge. Das muss ja richtig gemütlich hier werden. Und der exklusive Sessel zum Sitzen darf ja auch nicht fehlen. Ne, die Bänke habe ich weggemacht. Die sind hier. Die kann man leider nicht deleten, aber man kann die unter die Map schieben. So wird das gemacht. Das ist ein Workaround. So, den erstmal hier stehen. Dann braucht man natürlich einen richtig krassen Tisch. Das ist eine ganz klare Sache, dass wir da einen Tisch brauchen. So, damit doch genug Platz ist. Ja, hallo, klar ist da ein Tisch. Dann brauchen wir noch was für die Chill-Lounge. Was zum Kuscheln, sowas hier. Damit man sich da auch hinstellen kann. für die ganz bequemen unter uns. Ja, Kokainchen, wir können alles noch machen. Wir können noch richtig... Das sieht ja jetzt nackt aus, ne? Aber das machen wir gleich. Warum macht ihr das? Warum lässt er das nicht los wieder? Was habe ich gemacht? Oh, ich habe da irgendwas... Oh, nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? What the fuck ist das? Das ist nicht gut. Jetzt habe ich Scheiße gebaut, aber wir haben gespeichert, ne? Ich brauche da wieder Faxen machen und gleich wieder Anschiss bekommen. 24 Stream incoming. Let's go. Ist nicht schlimm, wir haben gerade gespeichert. Da sind nicht viele Sachen weg. Geht's euch übrigens gut? Für die, die gerade erst gekommen sind. So, ich hoffe alle, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Eine tolle Zeit mit der Familie. Jo, mir geht's auch gut, aber ich bin irgendwie fertig. Ich habe ein bisschen was getrunken, aber nicht zu viel. Aber RP wird heute gar nicht funktionieren. Ist auch nichts los. Ist auch keine Sau da. Okay. Da, siehst du, wir haben nicht viel verloren. Wir haben ja vorhin noch gespeichert. Ha! Du, 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 du. Du, du, du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Platz erreichen. Dicke speichern. So, jetzt bekommt Memo seinen Schlafplatz. Irgendwo müssen die Kunden ja auch schlafen können, ne? Das geht ja so nicht. Zwei hübsche Zelte. Falls mal einer draußen schlafen möchte. Sleeping Bag. Oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Schnell speichern. Können wir den Lied nicht einfach? Oh Mann, ey. Ja, ich habe ja gerade gespeichert. Was drücke ich denn da immer für eine Kacke? Ja, Funky kommt alles gleich noch. Wir machen erstmal das Gröbste und dann gehen wir ins Detail. Auch mit Dreck auf dem Boden und so ein Scheiß. Irgendwelche Sachen in den Bäumen meinetwegen. Ist mir scheißegal. Für Tyrese kann man einen Trailer hinstellen. So eine Holzhütte. So eine Holzhütte für Tyrese macht, Melda. Warte, abgleich, Junge. Heute ist Fallout 4 umsonst, schreibt die Mila. Wo? Lüge. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Ihr könnt mitentscheiden. So, die Zelte. Du, tü, tü, tü äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss nebenbei immer abchecken, ob der das auch in den richtigen Ordner abspeichert Tun wir da hinten hin Wo soll das Free sein? Ich frage, ich habe schon gefragt Äh, meine heute war, dass ich schaue später nochmal Okay Lügen wieder Tschüss Fletcher, viel Spaß bei Was doch immer du tust nochmal abchecken Okay, ist die richtige Map Okay, das Objekt finde ich gerade nicht Da müssen wir mal eben kurz gucken gehen im anderen Junkie Park Wie ist denn das hier? Okay Das sieht hier nur so gut aus, ne? In Game ist das nicht so Ja, ja, die Klappstühle hole ich gleich auch Das ist hier nur so gut aus, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich hat jeder einen Platz. Oh, die Seite ist manchmal echt schrecklich. Komm, wir gehen nochmal gucken. Auf Steam kostenlos, okay. Guck mal, die... Speichern wir das mal... Peril... Klappstuhl... Ich speichere mal kurz. Kautsch haben wir, die kennen wir. Hundehütte. Machen wir. Erinnere mich gleich dran. Ah, hier gab es noch irgendwas... Ah, da, hier. Vielen Dank. Das ist leider Nix Jaja, die Europaletten habe ich gerade schon aufgeschrieben Können wir das ändern wir in Da habe ich doch gerade einen viel besseren Sitz gefunden Dankeschön Teddy Julian Xavi und Horibi hatten wir, Nick hatten wir Wer war das nicht? Jetzt hängt die Seite wieder hier, alter Waikiki Ja, die Zeit vergeht man Kann ich mir nicht vorstellen, ob wir schon 2 Stunden hier sind Ja, wir haben hier einen viel besseren Sitz gefunden Das ist doch der neue Max Nomek Junge Ist doch viel cooler Ja So, das hat man nur aufgeschrieben Der neue Logitech Ah, hier Da wir ja ingame kein Geld haben Müssen wir uns natürlich einen Ferrari kaufen Also hinmappen Den stellen wir einfach mal hier hin So Davon brauchen wir aber 2 Ich kann dir nicht sagen, ob man das ingame ist, Bruder Das kann ich dir echt nicht sagen So Tschüss Teddy Wir hatten doch hier Genau Klappstuhl Klappstuhl Speichern Speichern, stimmt Aber jetzt, wo du Getränkelager sagst, ne Fühlt mich gerade gut ein Wir brauchen doch Den neuen Kühlschrank von Siemens, Alter Und wir brauchen doch Und wir brauchen doch Klappstuhl Und wir brauchen doch Falls der einer Bock hat auf Mayonnaise oder so. Das sieht noch richtig nackt aus. Wir machen das aber richtig ekelhaft jetzt gleich noch. Speichern. Max, danke für den Prime sechsten Skiski und Marcus Six, danke für den Wiesbem siebentwanzten. Merci. Was haben wir denn hier noch? Genau. Damit hat man mit dem Gekuschelgelaber aufhört, machen wir jetzt noch ganz kurz klar, dass alle raus sollen. Das ist für den Junkie-Bug halt, ne? Danke. Vielen Dank. Nein, ich bin nicht der Verwurmt. Ich mache das nur in einer Regie, dann wird drüber geguckt und dann wird das genehmigt vielleicht. Wie viele Probs hast du bisher? Wir sind bei 66. Das hört echt nicht viel. Und ich kann nur verdünnen. Ich kann nur verdünnen. Ich kann nur verdünnen. Aber das hätte ich gelogen. Ich kann nur verdünnen. Ich weiß nicht, was der gesagt hat. Ich wollte nochmal fragen. Max, hallo, Hilfe. Wo ist der? Und wieder abgestürzt. Wann hatten wir gespeichert? Du hörst mich? Ich höre dich. Okay, 70 dürfen. Achso, du hörst mich. Wie viele Probs hast du gesagt, darf man haben? Du Lügner. Hat das nicht jemand pro Person gesagt oder so? Ist auch egal. Ich mache halt nur 70. Dann lösche ich so ein paar wieder. Aber wir brauchen auf jeden Fall nur einen Käfig. Einen Käfig. Wenn es 80 sind, sind es auch nicht schlimm. Ich halte es so gering wie möglich. Ich weiß ja auch. Und er muss performant sein. Ich will ja auch nicht, dass das leckt. Ihr kleinen Katzen. Marvin ist wieder böse. Okay, was fehlt jetzt hier? Das Schild fehlt. Schild und die Lampen fehlen. Schild brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die Tonne fehlt auch wieder, ich weiß. Das ist das ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Der Kühlschrank steht falsch. Die Lampe dahin. Warum steht der falsch? Was erzählst du mir da? Beim Lagerfeuer hast du aber das Problem, dass wenn du zu nah da dran gehst, dass du anfängst zu brennen. Alter, steht neuner? Wo? Alter, ach so. Macht der hier. Das war's. Schnittschweichern. Bissin 66 sind wir. Wir gucken gleich mal wegen dem Autobrack. Wir brauchen noch Props für die Zäune. Ich glaube, das sind so sieben. Das kann man wegmachen. Okay, wir sind 80 sind auch nicht schlimm. Wir gucken gleich mal und dann merzen wir aus. Hallo, Dildros. Ja, wir gucken gleich mal, Saftschubse. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Oh mein Gott. Schon wieder... Ey, dieses Programm, ne? Warum auch immer das abstürzt? Aber ich habe wieder gesaved. Der Chat ist immer am pennen. Ich schaue gespannt zu. Boah, heute ist aber auch echt so ein Resident-Sleeper-Tag, Mann. Boah, ich würde am liebsten im Bett gehen. Ne, eigentlich gerade nicht. Das macht unheimlich viel Spaß. Wer war denn damals dabei, als ich für Walkers das gemappt habe? Kann sich noch jemand daran erinnern? Chilister-Tonne... Ja, das war's. Ja, an den Docks meine ich, genau. Ja, an den Docks meine ich. Ja, bei Dings, bei Walkers hatte ich mehr mit Licht gemacht, ja. Wegen der Halle, weil die nicht beleuchtet war. Weil die absolut scheiße war. Ja, aber ich hab... Ach ja, stimmt. Ja, ich hab... Vielen Dank. Speichern. Wie ist die Scheiß jetzt nochmal? Gut. 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 Jetzt ist das hier mal ein bisschen hässlich. Speichern. Gut. 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 Ich versteh nicht, warum das ist, ne? Combox, keine Ahnung, Bruder. Wahrscheinlich nie. Wie fixt man die Scheiße, Mann? Save nochmal. Das fühlt sich an wie die halbe GTMP hier mit den ganzen Crashs und den Bugs. Was habt ihr heute was gegessen? Was habt ihr heute gegessen? Gab es nochmal so Weihnachtsessen bei euch? Und Dommelife, danke für den Prime im siebten. Schön Rouladen, Entchen, Ente, Klöschen. Gab es auch Kötzerchen? Wir haben gestern Rotkohl gegessen und Klöße und so. Ultras, vielen lieben Dank für nochmal 10 Gifte-Zatz. Warst du vorhin schon, oder nicht? Bist du denn des Wahnsinns, der Herr? Na, hör mal. So, was war jetzt? Nein, ist der Dreck. Da vorne immer. Du musst aufpassen, dass er nicht in der Luft schwebt. Bei mir gibt's gleich erst Burger King. Die Burger King, hallo? Why? Why Burger King? Why? Why? Spächer. Spächer. Wir sind bei 72 schon. Boah. Dann würde ich den hier löschen. 71. Den lösche ich auch. Nein, den löschen wir nicht. Den enden wir zu dieser... Hundehütte, wenn ich die finde. 2. Jungs. D Iraq. Äh. 2. Bitte nicht mehr überessen, weil ich mir so voll gefuttert Ente, Spritze, Knödel, Schnitzel, Suppe Um noch ein Oma zu haben, Beste Burger King ist ein zweites Mal, Max liefert nicht Masariro, Junge, Alter Rundhüte So 72 sind wir, 71 sind wir Wir machen gleich noch hier auf der Wiese So ein Dings-Town Tisch sieht ein bisschen leer aus, ne? Wir brauchen noch irgendwas auf dem Tisch Flaschen Ja, aber wir nehmen keine normalen Flaschen Wir nehmen irgendeine Chemikalie, die irgendwelche Junkies zu sich nehmen, ok? Wenn das von der Länge her passt Aber es sollte Oh, perfekt Kriegst gleich Weinflasch für die Mädels Zwei Bonks gefallen mir auch nicht Da kann man lieber sowas hier hinpacken Was auch immer das ist Schieben wir den Aschenbecher Ja, das sieht doch aus wie ein Junkie-Tisch Äh, Faxe dank für die Wiese M8 Der Panamüll-Tonne da hinten Und wir brauchen für Tyrese das Ding noch, ne? Oh, hier hinten sieht halt leer aus, ey Aber ist egal Wisst ihr was? Wir lassen den Zaun einfach weg Dann haben wir noch ein paar Props übrig Autowreck Ich guck mal Wreck Ne Äh Äh Airo hat gesagt Wenn 80 ist, ist auch noch Ist auch noch Okay Wie heißt denn das Prop, Mann? Ui Ui So ne Kacki hier Das hier Das Rote Es gibt kein Brennendes Gibt es nicht sowas Ich guck mal Ob es ein kaputtes Polizeiauto gibt Das wär cool Naja, keine Half-Phype Aber ich bin nicht Ich bin nicht Oh, Formstedt vor der Ball Das wird von einem Panzer, Junge So ne Statue Das hier sieht gut aus Ähm Hallo Speichern, stimmt Merci Si Hihihi Hihihi Uh Si 6 könnte Keine Ahnung, Schattenbund, weiß ich nicht. Das verbraucht gerade 7% CPU-Leistung. Lamos, weil das hier Singleplayer ist, das ist hier nicht der Unity, ist nicht die Unity-Map. Wir sind bei 73. Ja, ich such mal nach einer Lampe eben, machen wir eine Lampe hin. So eine Penner-Lampe, das wird Finde. Ne, verbraucht geht nichts. Ne, ne. Ach, wir nehmen wieder die Industrie-Lampe. Dann machen wir hier ein... ist ja eh nicht so dunkel im Park. Speichern. Brennende Mülltonnen. Wir könnten halt eine Barrel nehmen und dann das Lagerfeuer da reinpacken. Ja. Das brennt zu 100%. Ja. Ich mach das für die Unity ab. Können wir versuchen, halt mit dem Dings. Ich müsste da dann quasi... Ui. hier so hinmachen, dass der Rauch so von vorn rauskommt. Müssen wir testen, lassen wir einfach mal so. Aber sieht schon pennerhaftiger aus, als vorher. Speichern. Ich kann dann nervlich werden, weil die Leute vorn, warum das Auto raucht. Ja, weil das kaputt ist. Warum sonst? So ein Auto brennt ja nicht ewig. Das sieht aber trotzdem gut aus. So ewig brennt mir doch egal. Ich würde sagen, wir sind damit fertig. Wir können ja gleich nochmal drüber gucken, ob es da irgendetwas einfällt. Ich wollte jetzt hier eigentlich ein Dings machen. Zum Prügeln. Ich hoffe, die Flex passen. Der Dings guckt dann nochmal drüber. Ich map alles nur in die Dings rein, Juri. in die J-Map. Wir sind bei 75. 50. Du bist brav. Ja, ja. Prob fn. Klink. Du bist brav. 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 Vielen Dank. Das riecht schwer, sich daran zu orientieren, ob das gerade ist. Das ist echt schwer. Ich weiß, dass du meinst. Eigentlich hast du recht. Aber eigentlich ist das auch scheißegal, ob das gerade ist. Alter. 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 背ste. anything. Mapping. Alles schief hier, Alter. Echt alles schief. 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 Echt das schief. Den Zaun habe ich gar nicht gesetzt, der zählt bei meinen Objekten nicht damit zu. Nein, hier gibt es keinen Boxring, wie auch immer das erzählt hat. Es gibt eine Mod mit einem Boxring, ja das stimmt, aber so in GTA gibt es keinen. Ich bin auch schon will. Was für ein Pavillon? Ach stimmt, es gibt doch so ein paar Jungs doch, ne? Ich könnte den Zaun nehmen. Ich könnte den Zaun nehmen. Ich könnte den Zaun nehmen. Heute kein AP-Wizard-Nutscheln. Es geht eh nix ab. Keinen Bock allein auf den Server rumzurennen. Und mir gedrungen, irgendwas aus dem Finger zu schneiden. 5 Minuten Das müsste hier so mittig sein, hier. Oder wir machen gar keinen Ring und benutzen irgendwelche Zäune nur so als Deko. Also quasi einfach hier einen Zaun hinmachen. Ach nö, abgestürzt! Ich hasse es! Aber ich habe gespeichert. Es gibt doch diesen runden Holzzaun. Wo? Was meinst du genau? Nee, das Handyshaw ist, wo die doch mal einen Boxkampf ansteht haben. Was für einen Holzzaun? Dankeschön. La Mano Gelände? Nö. Ach so, die Fairrange? Ja. Ja, aber die Fairrange ist hier. Meint er das hier? Ihr meint bestimmt das Ding hier, oder? Das gibt es aber nicht als altes Objekt. Oder das meint ihr? Okay, gucken wir mal, ob wir das klauen können. Das wäre natürlich sexy. Dann hätten wir wieder einige Objekte gespart. Oh Gott. Er ist doch nicht klein, Alter. Hallo? Ist jetzt irgendwas hier, was fehlt? Nö. Bisschen groß? Egal. Vielleicht passt das ja trotzdem. Okay, das ist ein bisschen viel groß. Hihihi. Das ist echt ein bisschen groß. Aber... Oh mein Gott. Warte, ich muss speichern. Wir probieren was. Wir sind dir auch nicht auf den Kopf gefallen. Boah! Junge! Wir nehmen das einfach. Ist mir scheißegal. Okay, aber der Dings schreibt mir gerade, das kann sein, das hat nicht funktioniert. Wegen der Kollision. Scheiße! Müsste man testen. Ja, aber dann ist das scheiß drin und dann hat das keine Kollision und dann sieht das hässlich aus. Ich kann den Brunnen nicht wegmachen. Der Brunnen bleibt auf. Ihr versteht nicht. Ich kann das Objekt nicht kleiner machen. Voll am Schmacken, Alter. Was ich gerade getan habe, geht nicht. Ist nicht möglich. Die Kollision... Die Frage ist halt, ob die Kollision auch mitschrumpft. Wir testen. Okay, dann stelle ich das einfach mal hin und... Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt hier vertauscht? Stgz. Stgz. So. Alles wieder regängig gemacht. Speichern. Da hast du recht Hannibal, das kann sein, dass die Kollision gerade war. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich speichere und dann öffne ich mal das Projekt neu. Ist doch mega entspannt. Ja, das stimmt. Ja, einfach machen wir, nicht einfach rauslöschen. Oder? Ja, genau. Ich habe dir zugehört, ja. Was habe ich denn hier? Was machst du denn? Das ist die Kollision, die ich jetzt habe, glaube ich. Ja, das kann sein. Ja, guck, 100%. Du hast hier nämlich nichts. Ich lösche das Scheiß drauf. Ne, warte. Ach, das ist krass, was ich hier habe. Was habe ich denn? Doch nicht. Ach, der Nuss. Sag mal bitte kurz deine Y-Map. Wo ist das? Ja, das ist das, was... Mal gucken, ob... Oder bist du noch im Gleichen? Nicht, dass du wieder so gemacht hast wie vorhin. Ach so. Ich bin... Warte. Oh, scheiße. Ich bin im Falschen. Nein, nein. 76. Und das letzte, was ich gemacht habe, ist Fans. Und das ist... Das Ding hier, ja. Okay, sehr schön. Ja gut, dann... Ich lösche das einfach. Scheiß doch. Na, lass das... Wir testen das einfach. Nein. 100%ig nicht, hat das keine Kollision. Ihr könnt es doch testen. Ich kann es doch danach einfach löschen, wenn ich... Wenn es dann nicht funktioniert. Ist doch absolut kein Problem. Lüge. Drück, STRGZ. Mach es da wieder hin und schick es mir so. Ne. Geht nicht, STRGZ. Mach... Nochmal, musst du öfters machen, bis es wieder da ist. Ja, ist es aber nicht. Da geht nur die Änderung zurück, die ich gerade gemacht habe. Ja, gut. Dann mache ich das eben nachher selber. Scheiße, schon wieder hier selbst ein Alter. Jetzt kann ich das wieder nicht bewegen, Junge. Alter. Mach doch das Gas einfach tiefer. Das war zu groß. Was ist dann für hier? Das ist extra für den Junkie-Packen. Wir sind bei... 76. Das sollte reichen, ne? Speichern. Ja. Du musst halt gucken, ob die Lampen und so funktionieren. Wenn nicht, muss ich das nochmal rausnehmen. Aber da wird der eh vorher getestet, oder? Na klar. Ja, na klar, meine. Nein. Gut, da könnte man nur einen Stuhl wegnehmen. Hier könnte man nur einmal den Müll wegmachen. Ja, dann kannst du mir dann noch einmal alles schicken. Ich gucke, ob ich nur was verändere. Wir könnten eine Halbzeit hinsetzen, das ist nur ein Objekt. Ich habe noch ein, zwei frei. Aber... Aber... Why, Kiki? Das Sitz-Ecke finde ich ja sehr, sehr stylish, muss ich ja sagen. Die ist sexy, ne? Ja. Gefällt mir. Wie oft kam die Frage eigentlich heute mit der Pflanze? Welche Pflanze? Warum ihr da keine Pflanze zu stehen habt. Cannabispflanze. Ja. Ich habe ein, zwei, habe ich mal gelesen. Aber gerade hat einer geschrieben, der Tabasco. Gar keine Weedpflanze. Ja, ergibt auch keinen Sinn im EP. Schau, bevor die Bullen kommen. Die können die weder zerstören, noch sonst irgendwas. Was ist das? Was habe ich da schon... Du hast wieder das Gras. Ich sage, ich schiebe das einfach noch tiefer, damit es einfach nicht mehr zu sehen ist. Ja, aber dann fehlt Gras. Ja, dann scheiß auf das Gras. Vor allem sehe ich das nicht mal. Ja, ich schiebe das einfach nur noch. Ja, aber nicht, dass das die Kollision ist von Dings, Alter. Von dem Boden. Ah, nein. Bei den Sofas. Guck, Max. Bei den Sofas? Ja, ist abgestürzt wieder. Egal, jetzt bin ich glaube, ich habe vorher gespeichert wieder. Ey, das... Ah, nee, ist nicht, oder? Ist doch nicht... Jetzt... Warum hängt das? Hallo? Nein, du darfst das Sofa nicht anfassen. Ich darf hier... Alter, stützt er bei dir auch so oft ab? Nö. Dann mache ich irgendwas falsch. Wegen den Tischen, das passt schon, das Augenmaß alles. Mach dich mal keine Sorgen. Das Augenmaß und wird nochmal TÜV geprüft. Oh, dieser Übergang, ne? Oh, oh, oh. In Chinatown, die Große war's die Große. Achso, nein. Keine Dings. Da kann man eh nicht gut drauf fahren, ich sag's euch. Das macht auch gar keinen Spaß, da drauf zu fahren. Ja, Seidenbach ist mit dem Ters. Ja, das sieht doch schick aus. Wir können die auch noch ein kleines Stück nach hinten machen. Wenn jetzt nicht wieder alles hängen würde. Wenn ich diese Drecks-Couch anpack, Alter. Tschüss, Miss TV. Nee. Ein Stück nach hinten. Hey, da passt. Speichern. Du hast das Stimmel im Lagerfeuer. Zack, zack. Speichern. Ja, sieht halt echt bescheuert aus. Sieht halt wie so ein Pennerpark aus. Speichern, wir sind fertig. Willst du drübergucken? Hallo, Hilfe? Hä? Jetzt ist halt die Frage... Ach ne, schon okay. Warte, das heißt... Gib mir mal alles bei dir drin. Ja, gib mir mal alles bei dir, was du da drin hast. Das ganze Projekt am besten. Moment. lc1 15 war das nummer 1? ja moment 15 0 ja abdeckung dauerfeuer ja schade leider sieht man damit den lichtern nicht bei codewalker ne gummipuppe im baum die gummipuppe können wir immer noch nicht ich weiß nicht ob du das vorher mitbekommen hast weil die hat nämlich so nen heft dabei das wird in der luft schweben heft? ja das ist so nen prop und da ist noch da sind zwei props in einem ah ok 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 komm gucken ob ich ein ah ich hab was gefunden ich muss glaube ich gleich nochmal neu schicken hallo wir haben nur props übrig wir brauchen nämlich einen plastikvogel ab holden ab 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 Ja, den kann man so lassen. Kannst du bitte das Ding noch mit einfügen? Was ist das denn? Achso, ich guck mir das erstmal an. Okay. Junge Alter, das kommt... Das kommt in den Kühlschrank. Das ist ein Ein- und für die Tante, Alter. Da bekommst du mal mein Horn rein, gleich eine ganz andere Bedeutung, ne? Das ist ja maximal dumm, Alter. Ja, passt doch genau da hin, oder nicht? Warte, ich guck mal was. Scheiße. Der Johnny wollte unbedingt was in dem Teich drin haben. Dann kriegt er auch was. Ich guck mal 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 was. Ja, fertig. Ich schick dir Dings neu, ne? Ja, mach das mal. Bist du dann noch wirklich fertig, oder willst du noch mal gucken? Komm, wir gucken mal. Aber ich glaub schon. Ja, doch. Ah, guck, guck, guck. Guck mal, da ist sogar ne Lampe, der Ding leuchtet, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Scheiße. Nein, das bleibt jetzt so. Ganz einfach. Ah, guck mal. Probier mal, ob der Link geht. Dann kannst du ja mal reingucken. Nö. LOL. Nö. Warte mal. Kannst du mal kurz was im Stream zeigen? Wie der aussieht? Wie groß der ist? Ich würd das gerne mal wissen. Warte voll sprechen. Das ist halt safe called irgendwie ein Easter Egg eigentlich in GTA. Was auch immer das jetzt ist. Ich hoffe, das ist jetzt kein riesen Schwanz. Na, na doch. What the fuck? Du gelogen jetzt? Ja, deshalb, wie groß ist das? Ja. Ja, okay. Kann wir den haben? Nein. Ich schau den irgendwo hin, Alter. Neues Haustier. Aber wir haben hier was ausgestopft. Das ist übrigens neu. Eigenhändig gefangen. Soll ich mich grad fühlen, Alter. Sieht cool aus. Ja, das ist halt neun DLC mit drin, ne? Einfach so dumm aus, Alter. Oha. Warte mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Passt doch zu euch. Kannst du auch, Alter. Ich würde dich an der Wand klatschen. Ja, das kann ich nur machen. Ja, das kann ich nur machen. Ich hab, ne. Vergess es. Hier, das, das muss bei euch auf dem Tisch. Was ist das? Vergess alles andere. Das muss bei euch auf dem Tisch. Ich glaub, das feierst du sogar. Guck mal, oder geh mal ganz dicht dran. Ja. Das ist ein Affe. Das ist ein Koko-Getränk. Das ist ein Koko-Getränk. Aber ich glaube nicht. Chat weiß, was gut ist. Okay, lassen wir so. Wir haben schon Duplo. Und wir haben schon eine Affenstatue für die Apes. Ja. Und Mila Schallplatten. Äh, kann das sein, dass die Statue ein bisschen fliegt? Oder sieht das jetzt an? Nee, das sah nur so aus. Alles gut. Nee, nee. Bei mir geht das so weit nicht. Fliegen. Alles gut. V8 Bitubu. Ja, sieht doch richtig. Man muss sich natürlich die ganzen Bank und so wegdenken. Aber die gibt es nicht auf Unity. Wir fahren weiter. Ach, da vorne. Nein, das ist ein Telefonbuch, was da drunter ist. Banane fliegt. Banane fliegt, hat er recht. Bist du, da habe ich doch richtig geguckt. Du hast gesagt, der Affe. Ja, ach, Mann, ist doch fast das Gleiche. Ja, we know Bänke. Was willst du, Lucky? Was willst du denn hier Bänke hinstellen? Da setzt sich keine Sau hin. Voll verschwendet. Wir setzen uns nicht mal hier hin, Alter. Obwohl, das eigentlich die coolste Stille im Park ist, finde ich. Hab schon gespeichert. Speichern, Crash. Perfekt. So, dann gib mir jetzt mal nochmal das Aktuellste von jetzt. Yes, sir. Und dann gucken wir mal. Bitteschön. Nein, auf Dach kommt nix. Willst du denn auf dem Dach machen, Bruder? Auf Rage MP, ne? Wenn du dann die ganze Zeit auf dem Dach kletterst mit diesen scheiß Dings hier, Leitern, holst du dir den Tod. Hast du schon unseren Grill gesehen, Max? Ne. Ja, guck mal. Ah, doch, doch, doch. Der Einkaufswagen, ne? Ja, das habe ich schon gesehen. Ist aber cool, finde ich. Habt was. Äh. Hat doch was. In Schrägenlage, ne? Ja, egal. Das muss so sein. Das ist unser Junkie-Pack-Grill. Dann haben wir hier den Shorty. Mir das Teddy. Da war vom Finn. Und vom TK. Als geheimes Spielzeug. Da steckt Liebe drin. Der gehört groß auf die Kugel vom Boden. Ne, ne, ne. Wie das Platten, Telefonzelle, Basketball. Ja, der Zaun macht dir schon einiges her. Ähm, gut. Aber du wolltest ja gucken, ob man den Zaun so laden kann, ne? Weil da muss es ja irgendwo ein Problem geben. Wenn das eine Kollision hat, wäre das fett, Alter. Dann hier Getränke. Aschenbecherbomben. Sitzplätze. Tyrese, seine Zelte. Und seine Schlafdecke. Gibt leider keine Socken. Doch, gibt wohl. Aber die Props sind zu klein. Lohnt sich nicht. Das Ding ist aber auch nicht grün. Ne Hundehütte für einen Chonky. Falls wir irgendwann mal einen Hund kriegen sollten. Lass mich raten. Der ist dann ganz zufällig Chonky. Na klar, er ist der Chonky. Da hängen Stromkabel ohne sofort in der Luft. Rechts neben den weggemäckten Toren. Was für Tore. Junge, warum kommst du nicht ins TeamSpeak? Ja, weil du da die Dings weggemacht hast. Ja, weil ich das Ding weggemacht hab, ja. Ja, das ist kacke. Da fehlen ja jetzt komplett Kabel. Dann hol ich das Ding wieder hoch. Dann hol ihn mal wieder hoch. Ja, warum? Ist doch kein Problem. Ja, dann musst du mir doch mal nur das Update von dieser Y-Map da schicken. Ach so, Digger. Eigentlich hatte ich das nicht verschoben. Oh, das kann noch durch GTA kommen. Ja, ja. Ich glaub nicht, dass die das hier so gemacht haben. Aber dann fix mal GTA. Ja, dann macht, ja. Wollte ich grad sagen, dann fix mal GTA. Ja. Haben wir. Dann muss ich das wieder speichern. Wie, das ist aber nicht die Y-Map. Jetzt hast du mir das Falsche geschickt. Warte, hab ich dir geschickt. Ja, das muss ja jetzt eine LR-SC1 sein. Du da gerade bearbeitet hast. Ja, und das ist... Warte. Hast du recht. Das ist... Critical. Die hier. Sagen wir schon... Ja, und wir haben den Gaia hier. Und das Einhorn. Mit dem Kühlschrank. Das heißt, die Tante passt immer aufs Essen auf. Das wäre richtig sexy, wenn man dann im Kühlschrank dran gehen könnte und so ein Lager da hätte. Für Essen, ey. Ja, wäre schon geil, ne? Ein bisschen Mayonnaise, ein Bagel ist da drin. Schnitzel. Das Ding ist, wenn man das machen würde, dann wäre das halt wirklich komplett öffentlich. Da könnte dann theoretisch die da rangehen, ne? Ja, na Quatsch. Solche Features sind für Läden vorbei. Wäre schon lustig, wenn da welche rankommt würden und da einfach Eier reinpacken würden und dann der nächste tauscht halt, ne? Das wäre geil. Das wäre geil. Schon die ganze Zeit, Bau-Stream? Ja, ja. Geht nix im LP. Einer da. Ah, wir haben die Sniper-Türme vergessen. Oh, wir müssen Sandsäcke hier überall hin tun. Falls uns hier einer angreifen will. Ach ja, die Yadis wollten einen Stein haben. Soll ich das machen, oder machst du das? Oder warte, ich zeig dir, kannst du, ist ja nur ein Objekt. Ähm, mach doch. Ja, dann musst du mein neues Projekt machen, oder nicht? Ja, eine Y-Map, eine neue Y-Map musst du öffnen, ja. Okay, speichere. Alles andere zumachen. New Y-Map, ne? Genau. Äh, File New Y-Map. Wobei, lass mich mal kurz gucken, ob sie schon mal... Mach der nicht. Die macht der nicht. Macht der nicht. Macht der nicht. Mach doch. Muss doch das alte Projekt erstmal schließen. Ach so. Ach so, Dinger. New Y-Map, okay, jetzt hab ich einer. Dann kann ich da rüber. Nee, der ist doch nicht laut. Die wollten den Stein hier haben. Ich hasse GTA beim Mittagssnack. Stone. Gucken wir mal den. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Wo kriegst du jetzt ein Feld denn her, Alter? Gibt es doch. Ja, aber ist halt klein. Wie, was ist denn der Dings Objektname für einen Felsen? Und jetzt sag mir nicht Stone. Da haben die dreckigen Jadis hier entstehen. Ach stimmt, Rock. Anges wird für Schnee, ja. Hast du recht, mein Freund. Rock. 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 Ah, der sieht gut aus. Der sieht aus wie ein Arsch. Perfekt. Boah, ich glaub, ich fang jetzt Mapper an. Guck mal, ob wir nur klein finden. Warte mal. Rock. Rock. Hollywood. Rock. 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 Okay, haben sie einen Stein Machst du noch die Waschstraße? Ja, da ist momentan nicht viel Zeit für Habibi Okay, kommen wir Okay, kommen wir Nein, die wollten einfach nur einen Stein haben. Und zwar genau da. Stein, Beutlin! Stein, Beutlin! Ach stimmt, der muss ich, ich weiß nicht, Dixi-Klobe oder Cody haben, ne? Was soll mit Alternate sein? Den Servergebiet schon lange nicht mehr, Bruder. Oh, cool! Bin ich blind? Was sind denn Dixi-Klos nochmal? Wo steht nochmal Dixi-Klos, Jet? Beim Barbecue hinterm Haus? Das ist oben im Norden, oder? Aber ich müsste da auch irgendwelche geben. Ich guck mal in der Purplist. Ich glaube, wir müssen da oben. Hier ist da auch irgendwo ne Baustelle. Oh ja! Hallo, schönen guten Tag Wenn die Leute was hameln sollen, müssen die das oben anfragen, ne? Am besten IC probieren Jaja, haben wir schon Ja Also den Stein haben die ja, die ist geholt, dafür haben die sich die Raupe Und Ich Der Beat hier gestern Abend Als wir beim DWJ waren Ein Klo geholt Für den, weil der Cody bei seinem Laden eine Toilette wollte Ja, du das Ne? Was denn? Rüchte man so hin Alles gut Auch ein eigener WMAP dann? Ja Soll ich nicht hinstellen, Alter, der packt ja seine Autos immer Soll nie ein Klo hin, ey Nö, ich frag den nochmal Nicht, dass ich da was hinstelle Und ich weiß ja nicht, wo ich das hintun soll Bei den Nerven, ich weiß es ja Ich meine, zur Not kann das ja auch Marvin dann machen So ist es ja nicht Wie gesagt, wichtig ist nur Einfach mal anfangen dann Wir haben fertig Einfach Villa hinmachen Könntest du, ne? Kein Problem Ah, schwierig, ne? Ja, wenn du was finden würdest, was drauf passt Du könntest aber hier einfach einen Boden machen und das Haus ist weg Ah, ne, hier ist der Schatten und so noch Aber das könnte Juri, glaub ich, machen Ja, Juri, Juri sowieso Okay Da hieß doch nur das alte Gefängnis. Stimmt. What's that? What what? What what? Wenn wir uns nicht dazu entscheiden, nochmal eine Villa zu holen. Scheiße, was das Haus jetzt ist. Ups. Da könnte man ein Gestattding hier ausbauen. Hier so rein. Oder vorne. Ich hab da drunter geschoben. Oder hier durch. Durch die Türen. Warum müssen die unter dem Map so Zeugs? Was ich nicht hingemappt hab. Was meinst du? Das ist vielleicht was, was du da runter gezogen hast. Ne, das sind von GTA Sachen. Ach stimmt. Du kannst ja mal zum Würfelpark fliegen und dann runter fliegen. Schieb dir die Villa hin. Das wär möglich, das geht. Aber eine Southside eine Villa. Aber das wär schon Kika, ne? Hättest du da so eine Weinwood Villa. Das ist ein... Oh mein, was ist das? Sag ich ja. Da unten sind die ganzen Teleport-Dings für die Garagen. Oh, wild. Mount Chili, da ist diese Raketen-Base und so weiter. Oh mein Gott. Ich... Junge, ich bin in dem Fußballstadion. Ich bin Mace Bank Arena. Ja, richtig. Das ist die Mace Bank Arena. Weißt du, was das Gute ist? Die Mace Bank Arena ist zu groß. Die könntest du nicht mal eins zu eins da in die Mace Bank reinbauen. Boah. Guck mal. Zuschauer, oder? Der Chat. Junge, die bewegen sich ja sogar. Boah, es leckt uns wie Todes hier. Oh mein Gott, stell mir vor. So, das könntest du auf einem LP-Server bespielen. Hier so, Events. Ja, das wär schon sick. Das wär schon... Ei, ei, ei. Boah, es leckt hier wie Sau. Wo das Yellowjack ist, weißt du, ne? Guck mal, hier die Garage von dem Ding. Ja. Yellowjack? Ja. Ja, klar. Ja, und da ist doch in der Nähe so ein Solar... oder so ne... so ne komischen... Dinger, so ne... ja, Solarstation. Ja, ja. Da flieg mal runter. Da müsste auch was sein. Ach, das ist... Oh mein Gott. Dieser Bunker, ne? Ja. Boah. Das ist richtig, richtig sexy, Ne, aber wie willst du das bespielen im LP? Ja. Auf State war hier die Polizei drin, Alter. Absolut. Ganz im Osten, da ist doch hier diese News-Gedönskacke da, ne? Ja, da kannst du auch mal runterfliegen. Was ist denn hier? Ich glaub, da müsste das Casino sein. Ich seh nur nix. Lüge. Müsste aber eigentlich was sein. Nö. Ne, ist nicht. Lüge. Ah, scheiße. Ich bin mal ganz kurz auf K. Kurz auf Klo-Chat, okay? Und los, Momentas. Seh nur nix. Wenn es hücfen ist, Schatzung öffnet die Marke. Was ist der Angriffe? Ja, schüchstklar. Ist nicht das? Oh, ich bin egal. Oh, das ist egal. Ach, ich bin egal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist die aus dem Prolog ganz am Anfang, wenn du die Story spielst? Ah, guck mal, bei Meriwether, Entschuldigung War eine Meriwether Nummer? Das war auch im Osten Das ist, wenn du den Highway hochfährst auf der rechten Seite Das war so Ich glaube, ja, das müsste, warte Es ist alles hier Human Labs War es das Human, ja, da warst du schon runter? Ist auch nichts Mann, auf jeden Fall, irgendwo im Osten musst du da runter Warte mal Ich flieg mal ein bisschen so Spiele GTA seit Release, wenn ich einmal die Story durchgespielt Da hast du aber was verpasst Also ich habe tatsächlich die Story schon bestimmt vier oder fünfmal durchgespielt Das ist wie so ein Hollywood-Movie, Alter, ohne Witz Ist irgendwas unter der Army-Base Oder sehe ich jetzt überhaupt nichts mehr? Ja, die Story ist mega gut Seit wann gibt es denn hier so einen Schacht, so eine Mine Also so eine Mine Das gehört auch Das gehört zum Casino Musst mal da langfliegen Müsste zum Casino gehören, glaube ich Oder ist das zur Raketenbasis Zu irgendwas gehört das auf jeden Fall Okay, den heißt, habe ich nie gespielt Alter Weil das nicht alles gibt, ne So viele Möglichkeiten, Sachen auch im MP einzubauen Selbst wenn nur für ein Event oder so Stattdessen, du könntest eine Raketenbasis einbrechen und verlassen oder sowas Weil du dir im MP einen Schlüssel besorgt hast, Alter Oh mein Gott Können wir sowas unter dem Luftschutzpunkt, unter dem Junkie-Park Hallo Franzi, du ärgerst Guckst du dir grad die Map an vom Junkie-Park? Äh, ja, aber irgendwas lädt nicht richtig Oh oh Dann muss ich, naja, das kann ich an die Linke, alles gut Die Lampe beim Junkie-Park Achso, äh, wenn du bei, äh, View bist und dann Detail-Distance Das kannst du hochschrauben Achso, weiter Hat mich Okay, pass mal auf Ähm, kennst du diesen, ähm In Weidenwurt ganz oben hier diesen Tower Was damals die, äh, diese Wohnung Wo diese Apartments drin sind? Ja klar, der Luft Okay, pass auf Flieg mal von oben ganz langsam durch, ja Warte Ich guck mir nur das hier an Mit den Chat-Pommes Ich kenn das gar nicht Ey Okay Wie groß ist denn der Pommes, Alter? Junge Was ist das für Tippig? Alter Man könnte rein theoretisch so einen Keller machen im Junkie-Park So einen Luftschutz von Kellerbauter Aber den kannst du nicht bezahlen, Bruder So ein Teppich hängt bei deinem Kollegen an der Wand Oh mein Gott Da ist die Rakete, genau Boah Das ist meine Rakete Können wir die im Park haben? Halber Atomspringkopf Ihr habt am Strand, habt ihr auch so einen Atomspringkopf hingemippt, ne? Ja, richtig Das war für Gerrit Welcher Gerrit? Für Smoker? Genau, genau, genau Ach, wegen seiner Boah Weil er so einen Alien-RP-Mano durchzieht? Richtig, genau Weißt du, was ich mal auf Alternate mit dem gemacht hab? Was denn? Da hab ich einen Def kommen lassen mit diesem Alien-Kostüm Naa, das ist geil Der hat geheult, Alter Das ist geil Der Schmöker hat geheult deswegen Weil jemand so auf seinen RP eingegangen ist Ja, wie gesagt Er kam und wir haben das halt Inside dahin gemappt für ihn so, ne? Ich hab dem im RP auch immer Aufgaben gegeben Dass der mir Bilder machen soll Von dem UFO und so Ich kann mir den Cthulhu dann nur mal vorstellen So ein Quatsch Richtig gut Zeigt ihr überhaupt noch GTA-RP? Ich glaub aktuell nicht Boah, Junge Was für ne Grafikkarte hast du? 2080T Ja, dann fliegen wir zu den Apartments da Weil jetzt können wir nach der einäugigen Pupa kurz gucken Muss da bestimmt irgendwo sein Was suchst du da, dass, äh Nein, die einäugige Pupa, kennst du die nicht? Nee Auch so ein Easter Egg So ne dumme Hure, die schwimmt hier rum, die Nutte Ach, du meinst, die versenkt wurde da, oder was? Ja, so ähnlich Okay Oh, Leute, ich hasse was von den Sachen, ich verstehe Alter, das ist ein Insider So ein Monster in GTA Okay Hab ich hier erfunden Da hat der Papa gewohnt Okay, wenn du bei den Apartments da bist, ja? Du meinst bei dem Loft-Ding hier, oder was? Bei das hier? Bei dem Haus, warte? Ja, warte da mal ganz kurz Genau, warte mal kurz da drüber Wenn das mal laden würde Ja, ja, musst kurz warten Okay, ich soll von oben rein fliegen langsam Ja, ja, ganz langsam Aber warte noch ganz kurz Ja, ja Oh, oh Da kommt aber nichts mit Nackiges oder so, ne? Nein, 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 kannst du Aber musst halt langsam durchfliegen Lucky Loch Ness haben wir gerade gespawnt Kann ich gleich nochmal Ich soll langsam durchfliegen? Ja, ja Boah, Junge Ja, der macht dir nichts hier, Alter Ich kann gar nichts machen Ja Hä? Ich weiß nicht, was ich gemacht hab Oh, nein, der kann sich nicht mehr bewegen Äh, scroll mal Mausrad machen, okay Ey, Junge Hä, heftig, oder? Hä? Versteh ich nicht Hä, aber bei dir Ah, warte, bei dir werden die gerade noch nicht geladen, ne? Ah, warte mal Ah, das macht Sinn Äh, wenn du bei Vue bist, ja? Ja Dann mach mal Enable DLC Hab ich Hab ich auch Hast du drin? Und auf was steht das? MP heißt 4 Hä, warum werden die bei dir nicht geladen? Weiß nicht Junge, wenn ich da durchfliege, hab ich 3 FPS Ach so Dann sieht das ungefähr Ach, war der die, ja, 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 ja Die ganzen verschiedene Partner-Varianten sieht das ungefähr so aus Und grisselt und backt die ganze Zeit hin und her Du wolltest mich in die Hölle schicken Ja Hier könnte man eigentlich auch was cooles reinbauen Was ist denn das? Eine Bank? Guck mal, Starbucks Gibt es auch auf Unity Spielt auch keine Sau, Alter Voll schade Aber das liegt einfach daran Weil die, die Unternehmen nicht Dings machen können Ah, ich hab's, ich hab's gefunden Ähm Oh Gott Dieses Ausbildungs Ah, vieles selber als Ausbildungsgelinde Ähm, im Osten Ähm, weißt du Wo das Casino ist? Ja, ne? Boah, was ist das Casino? Ja, hm Es gibt ein Casino in GTA? Ach, ja Und dann, und dann fliegt man davon einfach im Osten Dann hast du da so ein olles Gebäude Und unter diesem Gebäude Ein olles Gebäude im Osten Ja Ja, das ist das Moose-Hauptquartier Ja, genau Und da fliegt man drunter Da sind wir doch vorhin runtergeflogen Da ist nix Vielleicht wird das nicht geladen Ah, da Wow, Digga Ah, das Casino Das ist das Casino, ja Boah, ist auch fett, ne? Ja Und wenn du das Casino nehmen würdest Und probieren In das Hauptgebäude hin reinzustecken Passt nicht Ist zu groß Ja, das ist ja klar Was ist das denn hier? Das ist ja klar Die Dimensionen nicht passen Ja Wohin? Da unten ist, äh Dafür, das so heißt Zu diesem Tresor, glaube ich Zwei Wochen Gib ich dem Rechner Dann ist der wieder am Arsch Meine Bank Auf HS wurde das bespielt Es gibt halt viele Sachen, die man bespielen kann Problem ist Das meiste ist halt leider echt mit Teleportern Ich finde das gar nicht so schlimm Die Teleporter-Geschichte Was hat denn da hinten? Ach, hier ist die Insel, ne? Kann sein Ja, ja Haben die die Insel hier runter gepfeffert, Junge? Die neue Und dann auf Yankton, oder wo? Ja, ja Direkt nach Yankton Dieses Heist Das ist so ein Das ist halt ein Heist, Bruder Wie soll ich das erklären? Wenn du einen Banküberfall machst So eine Mission So eine riesen Mission Im GTA Online-Modus Boah, wenn die Insel kommen würde Auf Unity, würde ich fühlen, ne? Ja, würde ich auch fühlen Ich hab gehört Sebastian ist wohl irgendwie dabei Das eventuell zu machen Aber da müsste man halt mit dem Flugzeug und so weiter rüberfliegen, ne? Ja, und? Ist ja geil Wäre halt Oder mit dem Boot Wäre schon geil Warum sollte man sich auch Ich verstehe das sowieso nicht Warum sollte man sich kein Privatjet oder sowas kaufen können Für ein paar Millionen Weil man Angst hat Dass da mit Flugzeuge Scheiße gebaut wird Wenn das so ist Verliehen die halt ihren Flugschein, Alter Und dürfen nicht mehr fliegen Was ist das? Kokainfelder Es wäre richtig sexy Wenn dir die Map geben würde Die auch irgendwie Ein bisschen bespielt wird Und man da irgendwie Stufe 2, Stufe 3 Drogen bekommen würde Die man mit einem Schiff oder so Zurück nach Los Santos bringen müsste Die aber dann heftig viel Geld bringen Dann können die mit dem Helikopter Mal alles abfliegen Und so ein Gedöns, Alter Wasserpolizei und so Nicht nice Ich meine, die Macepack kannst du auch Zum Beispiel reinfliegen Von oben rein Dann siehst du halt auch Diese Apartments da Was es da nicht alles drin gibt Ja, Federdaten Boah, das wäre so nice, Mann Und dann die Finca hier bespielt Am besten vom Architekten Und wenn du wüsstest Jetzt stell dir mal vor Juri wird hier abhängen Das wäre so Ne, die Finca wird dem gehören Und du rufst den an Und machst dem EP Einen Termin mit dem Weil du irgendwas machen willst Weil der hat Eigentlich hat der eh Unendlich Geld Womit der nichts anfangen kann Richtig Warum kommt das Lied schon wieder, Alter Ähm Du rufst den an Und machst einen Termin mit dem Und er schickt dir einfach mal So einen Privatjet Wo dich hier rüberfliegt So bist du Oh mein Gott, Alter Ja, das hat schon wieder Ganz viele Ideen Oder ich hab Ich bin irre, Alter Ich denke den ganzen Tag über Nichts anderes nach Ist eigentlich traurig Oh, Flugabwehrradketen Was hat denn Und warum schweben die Ach, hier ist Wasser Das ist eine Wasserpflanze Gibt das so viele Möglichkeiten Und so viele Coole Konzepte Die man machen kann Die gar nicht schwer sind Ich träum immer Selbst das hässliche Schiff Das ist ja auf Unity da Ja Das wird ja geladen Aber selbst das Könntest du bespielen Selbst in SAP gab es Leute Die so Army Dings bespielt haben Die einfach irgendwie In den Bergen Und so irgendwelche Dinger gemacht haben Boah Ah, das haben wir ja Autos Das ist ja Dings Autos Ja, richtig Ja, S8 Driver Könnte man alles Klar Sarah Wir denken Wir sind weit im RP Und alles, Alter Wir sind Keiner bis 10% oder so Von dem Was möglich ist Es gibt so viele Sachen Die nicht bespielt werden Und die noch nie Bespielt wurden Manche Sachen kann man Manche Sachen kann man halt Nur auf Zum Beispiel Alt-Vie oder so machen Wie eine Feuerwehr Das finde ich Ist alles gesinkt Ja, aber stell dir mal vor So Drogenschmuggel Du kannst wirklich Stell dir mal vor Du könntest wirklich Nur noch illegale Drogen Auf der Insel machen Ja Richtig Und stell dir mal vor Du könntest die dann nur Farmen und müsstest dann Die rüberschiffen irgendwie Und zu einem Verarbeiter bringen Das wäre schon Und Küstenwache ist unterwegs Und Helikopter und so ein Scheiß Genau Und dann fliegen die da alles ab Das wäre schon Du kannst halt um die halbe Insel schwimmen Ja, aber es halt Kostet halt Zeit Ja, Rückel Und Zeit ist Geld Es würde dann ja Keinen Sinn mehr machen Ist halt Keine Ahnung Wer weiß Man kann vieles umsetzen Alles zu 3.000 Spieler-Server Boah, das könntest du gar nicht handeln, Mann Ah, ich hab mir sagen lassen Auf Alt-V Oder irgendein russischer Alt-V-Server Hat das sogar Da kannst du Ähm, rumfahren Und dann Wirst du zu einem weiteren Server Quasi geschickt Also sie laufen auf mehreren Servern Oha, einfach mal mein Büro hier Mein ganzes Geld liegt hier rum Wie mir wieder alles rumflackert Ja, weil da Textur über Textur über Textur Ja, ja, richtig Hier Guck mal hier Das, ne Diese komischen Garagen Ja, richtig Wir hatten auf Alternate4 Walkers Weil die hatten unendlich viel Geld Weil die hatten da dieses Luxu-Auto-Haus Die wollten eigentlich hier so Mit einem Teleporter nach oben Ein Auto-Haus machen Hier oben drinnen So ein Luxu-Auto-Haus Gibt's halt so viele Geile Sachen an sich So, ich muss jetzt mal gucken Warum das nicht geladen wird Hier kommt ja das Gerichtsgebäude rein, ne? Hm, zeig mal Ja Wie viele passen auf Unity 500? Ja Aber ich glaub, das könnte man Oha, schon Aber 500 ist schon okay Wenn der Server voll ist Dann hast du überall irgendwelche Leute Die Cops fliegen so schon permanent Fast mit dem Heli Benutzer Was ich auch gar nicht schlimm finde Erinnert ihr euch nicht mehr an Alternate, Mann? Ich find das überhaupt gar nicht Ich würd nicht mal schlimm finden, wenn Sich, äh Sich Taiman in ein Jet setzen würde Und damit über die Stadt fliegen würde Einfach für die Kulisse So, haben wir doch auf Alternate damals auch gemacht Jetzt nicht mit dem Jet Aber mit dem Helikopter Man steht mal hier langgeflogen am Park und so Damit die Leute einen sehen Und darüber reden können Alternate Live, Mann Vorne ist auch ein Comedy Club Gab er dafür nicht mal was? Äh, welcher Comedy Club? Ja, es gibt einen Comedy Club So ein Interior Achso Ja, wir haben ja bei uns auch einen drauf Ja, oben Da wollten wir mal eine Geiselnau machen Aber hat nicht funktioniert Ah, ich weiß, ich kenn die Stelle, ja, doch Aber bespielt auch keiner, ne? Warum? Es gibt doch so viele lustige Menschen, Alter Pssst Wurdest du das doch safe instant machen, oder? Der Dings hat mich mal, wie heißt der? Ah, Mann, der Shepard Als ich neu auf dem Server war War ich bei Codys, da war der auch da Und da meinte der so Ja, wir haben einen Comedy Club Komm da auch mal dahin Weil ich nur Scheiße gelabert hab, wie immer Aber da, ich hab halt noch nie Da Ding ist einfach Es fehlt so eine Twitter-App Dann fangen, glaub ich, die Leute erst sich an zu organisieren Und irgendwelche kleinen Events zu starten Weil wie willst du das jetzt kommunizieren? Mundpropaganda, so Krieg keine Sau mit Und Twitter gehst du im RP halt immer drauf, wenn dir langweilig ist Ja, stimmt Und zu gucken, wo was abgeht und so eine Kacke Ist einfach so Zeig mal von Mappings, ich bin hier im Single-Flayer Hier gibt's keine Mappings von Unity Doch, könntest du machen Ja, könnte ich aber Die hab ich runtergesetzt Aber with it War einmal eine Show Ja, ich weiß aber nicht, wann das war Hab ich auf jeden Fall nicht mitbekommen Wo ist denn der Der müsste hier, der müsste auch geladen sein Was suchst du? Den Folterkeller, hier Achso Ja, da hat zum Beispiel die Grover angefragt Hier? Ja Ja, die wollten so einen Underground-Rave-Club So, ne Na klar, so für 20 Personen oder 10 Personen Ja, richtig Why not Es gibt ja auch dieses Koks-Labor oder diesen Grow-Keller und so, Alter Und das würde ich so fühlen, ne Was Mappst du? Codewalker Ne, Dennis, kannst du dir nicht anschauen Natürlich gibt's im Online-Modus Grow-Keller Alles, Alter Mit Lampen Es gibt Koks-Labor Es gibt, äh Für Geldwäsche Sachen Alles Aber wortwörtlich Geldwäsche Ja, ja Mit so Waschmaschinen mit Geld drin Könntest halt easy-peasy in so einem Haus reinmachen Und mit der Tür Dann hast du einen Schlüssel dafür Mit so einem Skill-System und so Wär schon fett Boah Boah, Junge Halbe MMO, Alter World of Warcraft Das war ja hier bei Homestead auch Was kippt Als Ansicht ist so viel möglich Ich finde, dass Cody auch mal einen neuen Laden verdient hat Dafür, dass er wirklich seit Monaten Ja, Basti als Knopper Wer? Basti Basti Basti's Jeden Tag um 8 Uhr aufmacht bis 11 Uhr Finde ich, hat er so einen Scheiß verdient Ja, äh Er hat ja damals damit schon angefangen So Und dann haben wir halt gesagt So Oder kam Sebastian halt auf uns zu Was ist ein Interior Was Was jeder Server braucht Theoretisch Oder was jeder Server haben könnte Und so weiter Und dann haben wir gleich gesagt Okay Scheiß drauf Wir würden halt gerne so einen Taco-Laden aufmachen Dass da Cody sein Ding nachlespielen kann Und dann hat Sebastian das halt gemacht, ne? Ich sag ja nicht, dass das schlecht ist Ne, ne Das ist einfach Ich weiß nicht, wie oft der Steakladen oben auftritt Aber ich glaub, die haben auch jeden Tag auf Barbecue-Lounge Ja, ja Aber das ist halt der Marsch der Welt, Mann Ja, das stimmt So, da Kommen wahrscheinlich die Freunde von denen hin Ich war auch einmal da Genau Das war ein Quickie Das ist halt viel zu weit Also so eine Sachen sind halt Guck mal Wir haben den da Guck mal Sebastian hat da ein Quickie draus gemacht Und er hat dem damit so eine Freude mitgemacht Mit dem Gebäude Mit dem Cody Ja Na klar Wenn dein RP daraus besteht Richtig Haben wir ja gestern schon drüber geredet Ich hab auch Bock, irgendwas zu bespielen Ist mir scheißegal, Alter Waschstraße Aber ich glaub, ich mach einen Kleiderladen einfach Einfach einen Kleiderladen aufmachen Und irgendwann Wenn das geht Custom-Klamotten So mit Custom-Texturen Weil das ist nicht schwer Weil das ist nicht schwer Eine eigene Modemarke zu machen Und so Du weißt ja welche Jacke, ne? Aber Ne, welche denn? Einfach so ein Kleiderladen Ich würd da doch fühlen Wenn einer mal einen Friseur bespielen würde Und Custom-Frisuren dann nur gibt Das sind halt alles so Sachen, die an sich, ne? Ja, das geht, aber Entweder sind die Leute unkreativ Oder ihr braucht ziemlich lange, bis ihr das umsetzen könnt Und beides ist nicht schlimm Ich mein, und das schätze ich halt Das schätze ich halt extrem an Sebastian Er sagt halt Er fragt halt die Community so Was ist ein Gebäude, was man braucht, so, ne? Und da kommen halt teilweise echt kreative Ideen zustande, ne? Ich find das immer so doof, dass man schnell Geld verdient auf dem Server Da macht sich halt Oder ich brauch gar nicht weiterlesen Das Ding ist, wenn du schnell viel Geld verdienst Hast du sehr schnell viel Zeit für RP Wenn du auf so einem Hardcore-Server spielst Oder Hardcore-Wirtschafts-Server Wo das echt lange dauert Bruder, dann bist du den ganzen Tag nur am Farm, Alter Und kannst kein RP machen Guck dir da einfach mal Units hier an Die Leute kommen online Klar gehen welche Farmen Weil die irgendwelche Autowünsche und so haben Aber Großteil des Servers Die stehen irgendwo rum Und die machen RP Die machen irgendwas Und die Die Dings find ich besser als das andere Ich hab auf State gespielt Nicht, dass State ein Schlechter Server ist Das ist das Economic Roleplay Aber macht überhaupt gar keinen Spaß Da fährst du in die Stadt rum Da siehst du zwar auch welche Aber dann fährst du zu Mino Und da sind einfach mal dreimal so viele wie in der Stadt Und die reden nicht mehr mit dir Die laufen einfach an dir vorbei Da quatscht keiner miteinander Die arbeiten Und rennen von Punkt zu Punkt Man sollte eigentlich komplett von diesem Farming weggehen Vielleicht so Mini Jobs Oder das Farmen beschränken Da gibt es ja auch ein Konzept Einfach so machen wie in einem MMO Wie in WoW Du lockst ein in WoW Machst deine Dailys und bist damit fertig so Mach das doch in GTA genauso Du lockst ein Du kannst drei Stunden arbeiten gehen Dann weißt du Du hast genauso viel verdient Oder ungefähr so viel Wie alle anderen auf dem Server In drei Zwei, drei Stunden Und dann kombiniere das noch Kombiniere diese Zivilisten Kombiniere das Zivilisten-RP noch Mit den Gangs und so Mit der Crime-Szene Kombiniere das so Dass wenn jemand kommt Wenn der Markus jetzt kommt Mit seinem LKW hierhin Und zu Grove geht Und sagt Yo Ich will Droge X Und dann nimmt er Droge X Und dann kann er vielleicht Nur eine Stunde länger fahren Und schon geht kein Crimeler mehr In ein Zivi In einen normalen Zivi Auf den Sack Und überfällt dir und so Weil du dann als Gang Oder so zusehen musst Dass du ganz viele Zivilisten Rang kriegst Für dein Drogen-Business Anstatt dir noch auf den Sack zu gehen Und dann kommt es einfach darauf an Wer einen besseren Kurs hat Wer immer erreichbar ist Und bla 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 Dieses Kombinations-RP Ist halt geil Aber ohne Farm Geld zu machen Ist verdammt schwer Ich versuche seit 6 Wochen Durch verschiedene SP-Jobs Kleine kriminelle Aufträge Im Endeffekt ist es nicht einfach Ja aber du kannst ja Farm gehen Aber du musst nicht lange Farm um Eine gewisse Summe zu erreichen Für ein Auto Zum Beispiel Wenn du jetzt 10 Autos haben willst Dann ist klar Dass du viel fahren musst Ist das so Niko Und mit der Zeit Kommt das Geld Von ganz alleine Man du musst doch nur anfangen Auf dem Ding zu arbeiten Als auf dem Feld Cannabis Oder Koks Oder so Musst dich da Die Leute die das Sagen da haben Oder die das kontrollieren Musst du da hingehen Und sagen Jo ich will ticken Verdienst du doch viel Geld Meinst du einer aus dem Junkie Park Kriegt das mit Wenn du da irgendwas Beim Dings verkaufst Beim MPC Was haben wir letztes Mal gemacht Mit einer Tasche Cannabis Was bringt eine Tasche Nummer Ich glaube 20.000 haben wir gemacht So in 25 Minuten Oder so Ja 17.000 bis 20.000 ungefähr Das ist viel Geld Hallo Siva Das geht schon Aber die Leute Übertreiben wir doch immer Ich war gestern Abend Ja mit Beatty Und Max auch im RP Und wir sind auch Ein bisschen rumgefahren Und haben nur mit Juri Gequatscht Wegen der Villa vom Hand Und die ganze Geschichte Da haben wir uns auch Ein paar Villen angeguckt Die Leute übertreiben auch komplett Die haben teilweise Auf ihrem Villengelände Irgendwie Acht Autos Und dann parken die nur die Einfahrt zu Mit ihren Autos Und all so ein Quatsch Alter Ja Jax Was soll ich dir sagen Dann versuch dich Jeden Tag auf Shopräume zu spezialisieren Vielleicht hast du manchmal Glück Und kommst durch Dann gehst du da mit 30.000, 40.000 raus Vielleicht hast du aber auch Pech Und landest im Knast Ich hab bis jetzt Noch nicht einmal Irgendwie gefarmt Und hab bis jetzt Keinen Shop gemacht Ja aber du darfst nicht Verdenken Du bist Teil einer Gruppe Na gut aber Ich kaufe mein Essen selber Ich kaufe meine Waffen Ja Waffen und Essen Mann das ist ja auch Okay nix Alter Meine Autos kaufe ich mir auch selber Ja aber du Du machst halt AP Du knüpfst halt direkt Kontakte Du gehst halt da hin Machst da einen Auftrag Für den Besorgst für jemanden Irgendwelche Informationen Kriegst dafür Geld Und Du musst ja auch Du musst ja auch erstmal Die Kontakte knüpfen Wenn jetzt ein neuer Spieler kommt Der versucht Kontakte zu knüpfen Und alle schicken ihn weg Ja stimmt Ja gut ich hatte Am Anfang den Boost Einfach durchs Ticken so Ja ticken So da ist man Schnell an Kontakt Und dann Geld gekommen Einfach hingehen Zu irgendeiner Gang Alter keine Ahnung Irgendeine Crime Organisation Wo man von hört Im AP Ganz egal Ich glaub da schickt dich Keiner weg So am Park Wird dich keiner wegschicken Ich glaub nirgendwo Wirst du weggeschickt Alter Gehst du einfach hin Was weiß ich Gehst du zum Kiews Wenn du die kennst Im AP Wenn du davon gehört hast Wo die sind Gehst du zum Frank Oder so Und sagst Jo Ich will Geld verdienen So Ich mach alles Sag mir was ich machen soll Ich mach alles Fertig Fakt Oh Ja Fakt sich die Hosen runter Ist komplett egal Aber Die Leute haben immer was zu tun Die schicken dich irgendwo hin Du sollst irgendwas beobachten Oder irgendwelche Infos Besorgen von irgendwo Ich glaub nicht Dass dich da einer wegschicken würde Oder hörst dich um Und gehst zu den Bullen Und verkaufst den Infos Oder wisst ihr Weißt du wie der Crack Am Anfang Geld gemacht hat Als wir auf Unity neu waren Der ist rumgerannt Als er noch geguckt Ob Autos auf sind Und so Ist mir auch schon passiert Dass ich ein verkacktes Auto Offengelassen hab Dann sind da einfach mal Vier Waffen drin oder so Was hat passiert Clown gehen Hab ich auch schon gemacht Ich war da bei der Growth Clown Hab ich ein Funkgerät gefunden Grüße übrigens Und wenn du so ein scheiß Funkgerät findest Dann gehst du Im RP zu den Bullen Dann sagst du Ich hab da jemanden Der will mir ein Funkgerät verkaufen 300.000 dafür Ich könnte das besorgen Und hier abgeben Wollen sie das? Hallo Ich habe gehört Hier gibt es eine Quest Wo finde ich diese? Geht alles Oder einfach ein bisschen Farben Sich sein Wunschauto Besorgen Und dann einfach AP Kriegst du ja auch 1200 Dollar Glaube ich Jede Stunde Ja Das geht Dann besorgst du dir irgendwo eine Knarre Und gehst Leute überfallen Und brettern Ich warte Und dass irgendwann mal einer Ein Holzhandel oder sowas aufmacht Kommt das was du jetzt gebaut hast So in Unity rein? Weiß ich nicht Hast du immer nur die Probleme damit? Ja ich hab aber ne Idee Eventuell Ich gucke Ich gucke ja Ich gucke Aber ja wenn das funktioniert Mir drüber geguckt Und dann kommt das Wahrscheinlich so rein Vermutlich wahrscheinlich Alle Ach Ultras Bruder Hier geht hier nix ab Womit hab ich die Liebe verdient? Hier riecht das immer streng Ich weiß auch nicht warum Womit hab ich diese Liebe verdient? Kannst du irgendwo ein großes gelbes Ausrufzeichen nehmen Muss ich die Leute runterstellen können Wenn die ne Quest anbieten wollen Hehehe Fahrzeug Bruder Boah ich hasse diesen Tier Ich spreche Bricksau Der Ekelhafte Ich spreche jetzt Krusen ey Ich mach jetzt einfach hier Beats an Dankeschön übrigens Nick und danke Sime für den Ries am sechsten Ultras Dankeschön Nummer 14 giftet Kaltchen Danke für den Prime Und herzlich willkommen Kruzy Danke Newluck Paul Dennis Luke Germany Boomer Mamba Mamba Kampfschnitzel Äh Faxe Ultras Da hat man alles vorgelesen Ist echt komisch Dass das hier so streng riecht Poak Bitubu Poak Bitubu Okay ich glaube wir haben Los Santos erkundet Mehr hier wird nicht Er schief mit Unlock So eine Kirche würde ich aber auch mal fühlen Alter Wir haben ja einen Fahrer auf dem Server Aber der ist glaube ich gefühlt nur einmal im Jahr online Halt der ist eigentlich also der ist relativ oft da Der fährt halt nur mit dem Sportwagen rum Ja aber spielt der auch eine Kirche und so Oder hat der einfach nur ins Gehen Er macht sowas ja Aber er macht auch hier beispielsweise so seelensorgermäßig und alles Also wenn du mal Probleme hast Halt auf Drogen im Cube Der Penner Hä denn Was macht denn der Finn Werbung für Fame or Shame Ach guck umμα Sandra OAM stattuber Höhe Höhe Machen der immer hier Höhe 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 Bestatter-LP würde ich viel mit Leichenmagen und so weiter, aber jeder hat ja tausend Leben Kannst du da machen Du kannst ja trotzdem Du kannst einfach hingehen und den Friedhof bespielen Du kannst den Leichenmagen kaufen JFK da rein Stellst du deinen Leichenmagen dahin, ziehst du den Anzug an und bespielst den da Ganz einfach Ich hab gehört, dass öfters mal Leute einfach runterspringen Es gibt Leute, die sterben Und es gibt auch Beerdigungen Aber wenn da halt keiner hier oben abhängt an dem Friedhof Dann kann dich auch keiner kontaktieren Wenn du das schweben wollen würdest Ich hab einen Leichenmagen Ich muss aber Gewerbe nur für anmelden Ist ja easy peasy Let me squeeze Oh, der Beat geht mir auf den Sack Hier war ich auch schon mit Mila Ist das immer noch so, dass derjenige, der hingerichtet werden soll Zustimmen muss Das finde ich ja eher so Mäh, ja Oder ich hab keine Ahnung, ob du jemals RP gespielt hast Aber ich glaub, das ist für denjenigen Der einfach hingerichtet wird Gegen seinen Wilden Alle sagen dir als Mäh Das ist schon Maximal Power so Das ist schon richtig so Das ist schon richtig so, dass er zu stimmen ist Das, was wir damals veranstaltet haben Dass man einen Hinrichtungsantrag machen muss Und machen kann Und einfach jemanden rippen kann So mit Anaconda und so Im Nachhinein betrachtet Klar war das irgendwo cool Für den Stream war Außerhalb davon war das eigentlich irgendwo Schmutz Jemanden Seinen Charakter so zu nehmen Weißt du, was du meinst Stell dir mal vor, einer würde jetzt einfach deinen Schaden nehmen Zack Irgendwo hinstellen Zack Abschießen Down, so Ja Und du kannst dagegen nichts machen, so Das ist halt du Das sollte jedem selbst überlassen sein Wie dem Folder zum Beispiel im RP Dem hat das wahrscheinlich alles keinen Spaß mehr gemacht Und er hatte keinen Bock mehr so auf den Charakter Und er hat ihn einfach sterben lassen In der nächsten besten Gelegenheit Ganz einfach Ja, Schießerei, zack Und dann, ha Ja, genau wie Lange Der Stay hat ja damals seinen Charakter aussterben lassen Als der angefahren wurde Ja Was heißt der angefahren? Der wurde rüberfahren, Alter Von einem LKW, Junge Ah, die Au, das kenne ich nicht Der wurde VDM des Todes, Alter Von einem RP-Neuling Der voll nervös wurde Und ich wusste, was er machen soll Der hat ihn einfach plattgefahren, Junge Von einem der Arbekerl Naja, so ist das ja nicht Dass einer dich nicht mag Und dich dann abknallt oder so Man muss schon Man musste immer einen richtig heftigen Grund dafür haben Und ganz oft versucht haben Das zu klären Aber Aber Das ist trotzdem Kacke Ein Reifenspur Und Tippe auf dem Rücken Der Lange Wurde der eigentlich perma gebannt? Der Typ damals Ja, klar, Mann Junge, das war VDM aus der Hölle, Alter Ist halt Ist halt scheiße Ich finde das schon gut Dass man keinen töten darf Kann Du hast ja immer nur die Regeln Dass dein Leben beschützen musst Und so Das zwingt dich ja irgendwo dazu Dass wenn eine Person Auf dem RP zu dir kommt Und dich abknallt Und du sollst was tun Und du kannst dich da gar nicht gegen wehren Weil du dich da vielleicht Gegen eine Mafia oder so Angelegt hast Oder whatever Dass du Nicht zulassen kannst Dass die dich Zehnmal hintereinander In einem Monat abknallen Oder so Weil das ist ja dann wieder Fail-RP Du kriegst einen auf dem Deckel Was so wäre Wenn die Situation Früher nicht passiert wäre Ich glaub Der hätte den Carriker Trotzdem Irgendwann Sterben lassen Der hatte ja Ganz andere Versionen Mit Vinny und so Aber Vinny wurde halt Ich glaub Von der großen Masse Vom Server nicht angenommen Weil der einfach Zu komplex Und zu krank war Die Leute wussten nicht Wie die mit dem Charakter Umgehen sollen Junge Ich wusste nicht mal Wie ich mit dem Charakter Umgehen soll Alter Als ich wohl aber Voris der mir Auf den Sack gegangen Immer Mit seinem dummen Lachen Und so Auf dem Server Fehlt einer wie Johnny Laser Der Verrückte Find ich nicht Es gibt genug Verrückte hier Guckt dir allein mal Shepard an Und so Alter Oma Jutta Opa Willi Wonka Und so Die sind doch Alle verrückt Das ist auch mal Gar nicht so schlecht Dass Diese Meter Vom Stadtpark Weg geht Also vom Pennerpark Wo die Leute Den ganzen Tag Im Kreis stehen Und Mucke hören Bietet immer neue Gelegenheit Neue Sachen Ja Johnny ist schon Anges Verrückt Jawohl Geht So ein Mongo Der Kerl Mit Winnie hat ja niemand LP gemacht Weil sie alle Wurzeln wussten Dass der Char Krank ist Da sind die Leute Die mir erregelig Was ich aus dem Weg Was ich traurig Den Schädel Von Blanche Übergeben haben Und er sagt So Eigentlich hätte der Alles abknallen müssen Was sich da bewegt hat Junge Der hätte eigentlich Durchdrehen müssen Das war sein Vater Alter Also Wirtwörtlich Ne ich bin noch so dumm Ich tue nicht nur so Ich bin es auch Komm manchmal Da sage ich echt dumme Sachen Alter Aber ich sage halt Das was ich denke Und das bin einfach ich Boah ich liebe dieses Gelände So richtig viel Platz Für 15 Tiefgaragen Boah ich glaube Ich muss mal mit Sebastian Quatschen darüber Ich kriege das nicht geladen Die Garage Begeber mit Auspackpunkt Warum fehlt denn hier was Wenn das da irgendein Das Gelände hier So hat den Code im Hand Momentan auf Unity Ich habe aber keine Ahnung Ob der Typ überhaupt Nur unterwegs ist Und so Was mir auch relativ egal ist Wir hatten Das ist der P Das sehen wir noch Ich map mit Coldwalker Opa Hansen war auch gut Aber Opa Hansen hatte auch Ein Snipergewehr in der Hand Genau wie der Schlingman Alter Oder der eine Typ Von der Homestead Da ein bisschen Schwimmflossen Ich kann auch noch mehr Wie die hießen Könnte man Wasser In den Pool mit Na klar geht Easy peasy Kannst du rein machen Ohne Probleme Ist hübsch Und viele schöne Häuser Die Michael Villa Wird auf Unity auch bespielt Ne Und die Frau Diese Michael Villa Wo Michael in der Story wohnt Äh ja Da ist die Frau Donner Und warum hat die Ach Michael Ach das ist Von der Grove Einer ja Warum hat die Ein Schlüssel für die Tor Ne Michael ist von der YOLO Äh ne Die hat kein Schlüssel Die hat ein Schlüssel Für der Tor Habibi Doch das kann man abschließen Die kann das abschließen Hier Können da vor Der Tor geht nicht auf Der hat da Fahrzeuge drauf stehen Okay Kannst alles in den Pool rein machen Selbst Lava Sind hier ne Minecraft Promis Junge Ah ist schon cool hier Was mich nur abpacken würde Wenn ich hier wohnen würde Diese ganzen Familienbilder Wer sind diese Leute Ah Mann Ich kenn die nicht Da wer ist Einfach irgendwelche Stockbilder Aus dem Internet runter geladen Einfach aufgehangen Wer ist das Oma Sandra Und irgendein Lutscher Oder die hier Oh Nick Ich hab deine Hand hin gefunden Da brennt dir der Bizeps Ah Die sind noch zu schwer Informatiker Ich muss lauf sein Ja gibt viele Und wenn das mit der Villa Nicht klappen sollte Alter lass ich mir Ein Loft bauen Hier oben Ah geht nicht Teleporter Was willst du da ausbauen Achso Kannst hier oben In einem Tower So ein Loft bauen Oder so ein Scheiß Ah jetzt lädt die ganze Kacke hier Boah die Wohnung ist auch schon dick Ne Online Dinger Ich hab gefüllt 5 FPS Oh der hat Milas Platten gehängt 5 FPS 5 FPS Das ist schön 2 wird 4 5 FPS 9 Political-Correctness-Ding. Der ist schon komisch, der Kerl. Ja. Der ist komisch. Wer denn? Ach, guck mal hier, Junkie-Puck. Freihals. Junkie-Puck macht Werbung. Wir haben ja das Bild von Finn, Maschallah. Okay, wir sind ja fertig hier. Gehen wir nur ein bisschen fliegen. Wir haben heute eh nichts zu tun. Ist mein Chat wieder kaputt? Hallo? Hallo? Schreibe in Leute. Hallo? Fabos, sehe ich den letzten? Fabos, Fabos letzte, ja? Hallo? Ah, da. Aha. Die pennen schon wieder alle. Schnee, 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 Halt! Sollen wir uns doch mal den Übergang angucken? Hallo, das ist ein ordentlicher Übergang. Ja, das ist ein Bild. Und meinst du, geht morgen wieder was in der P? Ich glaube nicht, nein. Boah. Wie viel sind denn? Darf man gucken, wie viel auf dem Server drauf sind? Ja, guck doch. Oh, lol. Einige. 300, oh, äh, geht doch ein bisschen was, ne? 320, der Ding ist full. Full wert, wenn Dings 500 wären, Junge. Übrigens hat Dexos mich angeschrieben, da hätte ich Ärger gekriegt, wenn er wieder zu Hause ist. Wegen der Flugschule. Neon, Sack. Ah, Binde Permister, das ist übrigens mein Server. Der heißt, ich mach, was ich will, live. Ne, ich hab kein Begas. Geht aber nix. Ich hab keinen Bock, da alleine abzuhängen. Ja, wird Zeit, dass du den Kopfschack hast, ne? Ne, ich hab keinen Bock auf Akten-LP, Alter. Und dann fängst du als Recruit an und so, ist... Kein Bock. Ich mag da doch nicht, auf Streife zu fahren mit Leuten, die ich nicht kenne und so, das ist richtig weird. Na, kann ich einfach vorstellen. Klar lernst du die irgendwann kennen und so, aber du hast gefühlt jeden Tag einen neuen Partner, Alter, und da sind irgendwie 100 Cops oder so. Echt, das hab ich auch schon von der eigenen Stargate gehört. Was denn, mit dem Akten-LP? Oder what? Ey, du musst launiger wichsen. Ich mache, was ich will. Ach so, ja, das kennen wir doch alle. Ty ist ja gestern mit so einem komischen Schlitten rumgefahrenen Ding im Server gecrashed an der Wand, Alter. Aber da kann der ja nix hören, das ist ja auch nicht gewollt gewesen. Ohne Witz, ich könnte mir das aber trotzdem echt gut vorstellen, dass du so einen abgefuckten Cops spielst. Nicht so einen typischen 0815, sondern der halt einen kleinen Knacks... Ich hab Cody Byrne mal gezockt, so ist der Charakter. Jedes Gangmitglied, jeder wer frech wurde, ich hab den einfach kaputt geschlagen. Ja, nicht mal so, sondern einer, der so ein bisschen Knacks wirk hat. So einen Verrückten. Ja, nicht unbedingt verrückt, aber der halt so einen leichten Knacks einfach wirk hat. Ja, also ich selber. Soll ich mich selber spielen? Ja, richtig. Ey, ich hätte Bock auf FIB oder so einen Gedöns, Alter. So gucken, wer scheiße baut und bla bla bla. Ne, das ist ja dann eher... Nein, so ermitteln halt. Ach, darauf hättest du echt Bock? Ja klar, zu gucken, wer hat da geiles Name gemacht, wer hat da wieder was überfallen, wer hat das gemacht. Mit Leuten reden, die unter Druck setzen und so. Einfach einsperren, Alter. Ja, aber selbst da fängst du halt wieder als Recruiter an. Einfach Aktenfragen und so eine Kacke, ich weiß halt nicht, ob man das darf. Also in begrenzten Mengen und so weiter. Theoretisch kannst du eigentlich alles machen, solange du halt dadurch keinen geltlichen Vorteil hast. Oh mein Gott, warte. Oh, der PXer. Nein, nein, alles gut. LKW, Junge. Ja, sowas. Ist halt einsam, ist der P, wenn du keinen guten Partner hast, ne? Ist halt ständig allein und so. Aber ich wüsste, ja genau, ich weiß, dass JFK auch Bock auf sowas hat. Du hast aber auch als Cop hast aber oft Action, Alter. Wenn du eine aktive Crime-Szene hast, dann saß du echt auf Action. Ich meine, ich kann mir das halt bei dir echt so ein bisschen gut vorstellen, dass du sowas, ne? Ich glaube, wir haben tatsächlich keine Katze aktuell. Ich will eine Katze spielen. Würde dich aber auffüllen, ne? Mal so ein bisschen Hunde-RP, Alter. Einfach mal so ein bisschen rumrennen und so. Also ich kann dir sofort, ich kann dir sofort einen Hund geben, den noch keiner spielt. Entweder nimmst du hier diesen kleinen Vesterrier. Und der Pudel, ich glaube, den Pudel spielt auch noch keiner. Das Ding ist aber, als Hund kannst du halt nix machen. Irgendjemand nimmt dich mit, ja toll, und dann stehst du da rum. Ja. Eventuell wirst du mal angeschossen. Ja. So wie Tyler halt macht, so ab und zu mal so eine Stunde Möwen-RP, Alter. Why not? Ein paar Leute voll scheiße. Versteht die Leute nicht, die jeden Tag die RP zocken? Es gibt auch Leute, die stumm sind und so, die trotzdem Teil einer Community sein möchten, ne? Und dann mitzocken wollen. So wie die Lucy, die hier ab und zu mal mitguckt. Die würde liebend gerne hier spielen. Also wollte damals auf Alternate spielen und eine Katze spielen. Die würde sowas instant machen. Sollte man Menschen ausschließen, die nicht reden können oder so? Nein. Also greift man halt auf sowas zurück. Why not, Alter? Oder so eine Ratte wäre auch geil. Okay. Das wäre auch mega fresh, man. Klar, Federdaten kannst du dich als Hund bewerben. Natürlich. Warum denn noch nicht? Nur wenn du die RP machst, dann achte da drauf, dass du ein Soundboard hast mit guten Sounds von einem Hund. Weil ich muss echt zugeben, auf Unity laufen viele, also so ein paar Hunde rum, Alter, die haben ekelhafte Sounds. Mhm. Da klingt das so, als wäre ein Hund in der Tourenhalle und so eine Scheiße. Das macht doch gar keinen Bock. Ja, Eis geht auch, wenn du das Feature hast, klar. Wenn du Zettel schreiben kannst, warum nicht? Oder als Bigfoot, Alter, einfach eine Wälder rumrennen, Junge. Andauernd DOJ angreifen. Hingehen Leute boxen mit Bigfoot-Skin. Würde ich auch fühlen. Ich hätte Bock, so ein Affe mal zu spielen. Aber dann wirst du ja direkt eingefangen. Schreib doch einfach über Teamspeak. Wann geht dein FLB-SHA online? Ach. Ich muss erst mal Kopplofbahn durchgehen. Da bin ich so faul, ne? Ich hätte gar keinen Bock, mich dazu bewerben und so, ne? Was soll ich dem Typen dann immer auch mir PC erzählen? Ja, ich will Helikopter. Ich war Dings, bin Helikopterpilot. Lass mich fliegen. Ja, dann musst du aber erst mal eine Ausbildung machen. Dann fliege ich mit dem durch den Tunnel, Alter. Bestanden. Ja, der Stress mit den ganzen Bewerben und so, das ist halt eklig. Ja, warum? Im Endeffekt berübst du dich doch? Ja, aber kein Bock. Äh, du brauchst doch nicht mal viel schreiben, so. Ja, aber trotzdem kein Bock. Ehrlich nicht. Du schreibst einfach, hallo, ich hab... Absolut kein Bock. Boah, Kurva. Eieiei, ey. Boah, warum finde ich die jetzt erst? Du musst ja selbst für ein... Oh, hab ich gemacht. Für einen Zweitcharakter musst du ja selbst eine Story schreiben. Das werde ich mir irgendwann antun, wegen Big Peanut EP, Alter. Da hab ich richtig Bock drauf. Junge, wie geil wären die Dinger bitte bei, beim Junkie Park gewesen? Welche? Ich bin am Fliegen in der Stadt. Den hätte ich auch gefühlt. Einfach so mitten bei euch drinnen. Der Wal ist riesig. Boah, ich hätte wieder Bock zu fliegen im LPNR ohne Witz, Alter. Nix machen, nur fliegen. Und dann vergessen zu tanken und abschürzen. Ach, Quatsch. Wo tanken die Helis denn? Auf der Tankstelle oben, ne? Einfach hingehen und sagen... Mahlzeit, Logan! Mahlzeit! Dann wieder wegfliegen. Und dann rüber zum Junkie Park. Und abstürzen. Ja, Cody Byrne wird aber der Waffenhändler. Wir haben da so ein Konzept gemacht für die Army und so, damit da doch ein bisschen Sinn ergibt. Woher solche Waffen kommen und... Bla, bla, bla. Dann einfach zum Park. Also wäre ich der Fischer oder so, würde ich das machen hier. Einfach hier so. Ach, ach. Ach, ach, da liegst du, du Lutscher. Alle auf dem Boden. Mit was fliegst du eigentlich? Wie? Mit meinen Händen. Mit dem Controller oder mit der Tastatur? Controller, das ist besser. Ah, okay. Hab ich mir weiter gedacht. Viel feiner justieren alles. Naja, das erkennt man. Boah, da so aufs SWAT hätte ich auch Bock, Alter, irgendwo einzureiten. Die Dings haben da letztes Mal bei ihm, als die Geisel nahm im FD war. Das sah richtig geil aus, die Bullen, die von oben kamen. Die haben sich so abgesichert und so. Das sah richtig geil aus. Ich guck teilweise auf den Chat. Koppelaufbahn ist als FHB nicht notwendig, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Benz, Grundausbildung bei den Kops, dann FHB. Ja, aber ich hab nicht mal Bock auf die Grundausbildung. Ich weiß ja nicht mal, ob das bei Unity möglich ist, wie bei RL damals, dass man direkt sagt. Ich bewerbe mich hier, aber ich komme von einem anderen Department und ich bin Helikopterpilot und ich bin alles, Alter. Ja, das soll jetzt nicht so dunklen, aber im Prinzip ist das ja so. Morgen wieder non parallel, wenn was abgeht. Also das weiß ich ja vorher nicht, aber wir können ja mal reingucken. Können ja sein, dass wir den Park neu metten müssen. Gibt es auf dem Server eine Spezialeinheit? Ja, gibt es. Der Buzzard ist Bullshit? Nein, ich flieg gerade scheiße. Wollte ich da gar nicht hingucken. Beziehungsweise einfach so Freestyle-mäßig rumfliegen. Ei, die schießt auf mich. Wie hast du das gemacht mit dem eigenen Server? Was meinst du? Fingerplay, Pimikas Kollege. Ich weiß nicht, was du meinst, Bruder. Was? Was ist das denn? Hallo, ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Können wir mal meinen Testsoffer anmachen für die neuen Helikopter? Nö, die sind doof. Kommen die jetzt die oberste Tür? Er hat dir das abgekauft mit dem eigenen Server? Kann man nicht mittlerweile so ein Nitrado-GTA-AP selber kaufen? Mit so einem Godfather-Skript? Godfather-Skript? Das war ja damals bei SMP, Alter. Gibt's aber bestimmt schon. Ich dachte, das wäre echt online. Nein, Bruder, Singleplayer. Was hältst du davon, dass auf Unity jeden Tag gefüllt eine Geiselname ist? Ist das so? Ist einfach nur ein Meme eigentlich. Oh, die holen mich runter. Ist doch gar nicht so. Oder ich krieg da nicht mit, aber ich glaub nicht. Und selbst wenn das so ist, dann liegt dann einfach daran, dass gewisse Features einfach fehlen für die Leute. Dass die nicht wissen, was die sonst machen sollen. Lieber Daisy Geiselname, als dass Cops vier Stunden im Kreis fahren müssen. Das stimmt auch. Boah, das hat mich auch angekotzt im Kopf, Epi, ne? Dieses ständige auf Streife gehen und ja, nicht anhalten, immer im Kreis fahren und so. Bis mal was passiert. Oh, man, die Unity hat einen Farming-Simulator-Server. Okay, sorry. Kann doch kein Hund bespielen. Was? Wie, Farming-Simulator. Warum sollten wir Geiseln da machen? Wofür? Ich glaub, wenn die Leute da Geiseln machen oder auch Kiez und so, dann ist das, weil die einfach verdammt viel Geld momentan brauchen. Was sollen die sonst machen, Alter? Die gehen wahrscheinlich arbeiten und machen so einen Kök. Oh, ne, hier flieg ich nicht drauf. Jetzt, wo ihr nicht mehr mit dem Kiez zusammen was macht, was meinst du, Crispy? Ja, jetzt sowieso, nachdem wir den Krieg da hatten mit diesen Abgruppierungen, ist es echt ruhig geworden. Aber was willst du auch machen? Wir versuchen ja jetzt so in diese Schiene da zu gehen, von wegen hier mit Baschstraße oder andere Unternehmen und mit der Villa und so. Aber RP-Spielen ist halt, jemand wirft dir den Ball auch zu. Und wenn du den Ball hinwirfst, dann wirft er dir den nicht zu. Und du kriegst dann nichts mehr mit von demjenigen, ist RP halt dead. Spielen ja jetzt auch schon wieder, wie lange? Vier Monate oder so? Naja, Sello, hier gibt's kein News. Naja, Crispy, nee, 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 ich weiß, ich weiß. Ich versuchte halt nur so zu erklären, warum das momentan so ist. Viele nehmen sich auch eine RP-Pause, weil die halt schon so lange zocken wie Hase und so. Der geht da auf irgendwelchen Servern lieber brettern und reagiert sich da ab ein bisschen. statt der das auf Unity macht. Weihnachtszeit und so. Ist klar, dass da nicht viel geht. Aber wir sind ja dabei, neue Sachen zu starten. Nachtschicht hat ja auch ein bisschen Pause. Denkst du, es wird noch knattern zwischen euch und Kiez? Ich glaub nicht, nein. Warum denn nur? Wir sind momentan auch im RP so undercover unterwegs rauszufinden, weil wir haben im RP eine Impfung mal bekommen, dass es angeblich Heroin geben soll und das hat noch keiner gefunden. Aber ich glaub, das wird doch nie einer finden. Wenn ich schon an diesen einen komischen Händler da denke, Alter, wo man Cannabis verkauft kann, der ist einfach ein unsichtbarer Kreis irgendwo hinter einem Stein, wo du verkauft kannst. Wie sollst du sowas auch finden? Rust, Junge. Mal gucken. Passiert einfach irgendwas. Irgendwas passiert immer. Also mit Meta findet man es. Ja, aber... Das ist... ...lieber im RP. Aber was so gut wie unmöglich dazu finden, wenn das auch so ein verstecktes Ding ist. Bandit, dankeschön für den Prime Dritten. Und Marlon, danke für den Prime und herzlich willkommen. Und Noxalus, danke für den Reset 15. Ja, oder 64, genau. Klappe, ich stopp gar nix. MPC sind da so, als wir auf Nifty gezockt haben so, da waren auch nur so 30, 40 Leute drauf mit MPCs. Das macht schon Bock. Die Amis machen aber auch ganz anderes LP als wir. Ich glaube nicht mal, dass er da irgendwie eine Support-Dings gibt oder so. Wir regeln einfach alles im RP. Wenn du da irgendwie Cheatest oder Meta machst, oder so ein Croucho ist einfach gebannt. Und wartet. Die Summon spielt immer noch GTA-RP. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Noxalus, danke für die Wizard, 25 Keims, danke schon, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zap, Kurt, danke für den Prime, 19 Dayma, danke für den Zap und herzlich willkommen Hin und wieder spielt er noch Und Keims, danke für die Wizard Hast du was geschenkt bekommen? Ich habe Hausschuhl geschenkt bekommen Wir sehen aus wie Yoda Das ist Yoda, Alter Yoda-Köpfe Das sieht richtig ulkig aus, aber mega bequem Und so Einen guten, edlen Tropfen Whisky Bisschen Geld, viel Liebe Gutes Essen Ja, eine volle Flasche Whisky, oder? Ja, na klar Jetzt ist es immer noch voll, oder? Ja, natürlich nicht Also hattest du eine leckere Flasche Whisky, ja? Naja, ich habe ganz viele Flaschen Whisky Ab in der Erde, Empum ist hier, Junge Die Biki, ja, 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 natürlich, Junge Mit was fliegen die Cops denn auf Unity eigentlich? Ähm, mit dem Standard-Polizei-Heli und diesen, äh, dicken, äh, Heli Ein FIB-Heli Ähm, was ist denn das? Der Große, halt Wie trinkst du deinen? Manchmal pur, aber manchmal verwässer ich auch ein bisschen mit Eishilfe Wenn es zu stark geht Kommt immer auf die Laune aufdrucken Jacky oder so mit Cola natürlich Das ist am besten Klar, kannst du mehr, was denn? Apropos die Modes, ich muss dem Typen gleich schon was schreiben Oh Oh Hilfe! Oh nein! Der Motor ist ausgegangen! Oh nein! Nicht gut! Passt mich! Ich bin hier am Arsch. Morgen dann High-Stap hab ich gehört, ich wollte eigentlich mal den neuen High spielen mit der Insel. Gucken, 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 wenn's abgeht, vielleicht gucken wir uns das an, das Müllpit. Lucky, hast du Beok oder was? Ich hab gehört, wir spielen nur Soon DayZ, weil Mila hat das gestern bekommen, zu Weihnachten. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, geht's gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, ich bin jetzt nur der Hot-Stap foto. Warum schießt der auf mich? Wer ist denn der anonyme Schenker? Der Herr. Oder ich mach grad geh nix, außer rumfahren. Im Singleplayer. Aua. Aua. Hab zwei gemollete Zerfe, Daisy. Lüge. Äh. Vielen lieben Dank für zehn gifte Zaps. Ich küsse deinen Handrücken. Woher die Kraft, Bruder? Dankeschön. Aua. Aua. Ich hab ein Bild gesehen von dir bei WhatsApp ja mit deiner Frau. Hast du deine Crackpfeife wiedergefunden oder war das los mit dir? So, duft gern ein bisschen gucken. Wer zockt denn heute? Zockt irgendeiner? Decks ist ein bisschen älter, ne? Zockt überhaupt irgendeiner gerade? Benston, zwei, early Benston zockt? Jo Buddy ist auch Sam Hebewe hab Seiten auf Obdachlose und Haare auf Fritteuse angelehnt Megamoll Das ist jetzt aber Vorführeffekt, man Schaff ich wieder nicht beim ersten Try Jetzt blamiere ich mich wieder Ich werde nur wieder süchtig, Alter Ja 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 Aua Lasst mich bitte Aua Obbrett bekommen Aua Wie kommst du da auf die Wände hoch Oder das kann ich dir nicht erklären, Alter Guck YouTube Videos Den Sprung in BP Den Sprung in BP, das habe ich schon mal gemacht auf Alternate Das war United Das war United, kennst du ja von denen ein Brettchen zu bekommen Hehehe Hallo Tido Das war nicht die Grove, das waren die Ballers Die sind in einem Story Modus Die sind in einem Story Modus da unten drin Und dann die Schaff Und dann die Böcher Der 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 chat hallo ist hier überhaupt noch jemand im teamspeak hallo hallo was machen sie wir spielen see of thieves also ich zumindest finde kann ich ja nicht sprechen nämlich gleich eine rainbow pemmikus basketball schon mba wer spielt denn also nicht dass ich davon ahnung hätte ich tu mein pc wieder einrichten das ist gut muss ich in zwei wochen auf musst du das nicht alle zwei wochen ich komme nicht mehr auf der projektmacht betroffen ich bin schlecht ich glaube ich werde gleich noch was essen ich habe hunger und dann werde ich herr der ringe weiter gucken ich trinke den zenturi biki und zocker feier mit dem kollege im test mein berthage du hast der geburtstag bei mir gibt es keine rainbow pomis jungen warum nicht ich habe alles auf normale gestellt crispy weil ich das spiel nicht mal spielst du sonst so wenn du nicht gerade in der pommes wirst gar nichts keine zeit ich bin bis 15 16 uhr okay das ist ja dann bin ich am arsch wo bist du gerade bei herr der ringe beim zweiten teil wo die die stadt am ende angreifen die blöden orks nix fuck so sagt man nicht ich habe erst hobbits zu geguckt alter alle drei teile und jetzt herr der ringe das ist irgendwie pflichtprogramm zu weihnachten genau wie harry potter oh das big peanut junge mit sonnenbrille big peanut und dieser input lag ne ich hasse ist es ist nicht gleich noch was sagst du zu mich bret bret du hast glück gehabt ach so jo herzlichen glück und schattenbund wie ist es so fehlzig zu sein macht spaß ja das ist die growth tank stelle mahlzeit entschuldigung boah ich bin voll der delphine 32 mann ist ganz schön alt ne echt alt ich würde mir mal gedanken machen 35 aber bei dir ist das nicht schlimm bei schattenbund ist es aber schlimm 14 okay wo ist jetzt mein pfarrat oh crap oh crap that hurt oh crap oh crap oh crap that hurt Nein. Doch, hallo, Airwaves. Ich grüße Sie, der Herr. Was ist eigentlich mit der Jacke jetzt, Max? Überraschung. Das musst du ja dann sehen. Geil. Wenn's dann IC raus. Geil. Tagsam. Wird einfach jeder mit rumlaufen, ist der jetzt schon. Achso. Ich dachte, ich hätte fahren auf 100. Ehre, Mann. Nimm mich einen Toner-Man, Bruder. Bitte. Das check ich nicht. Ist das eine geheime Jacke? Horny? Wer ist Horny? Meinst du Horny? Was ist das? Hat es eigentlich aus Horny gewonnen, Mann? Streept der noch? Keine Ahnung, ich sehe irgendwie jeden Montag von ihm flach wird es aufs Twitter stehen. Ja. Ja. Der hat doch damals schon bei uns sogar AMA 3 gespielt und so weiter. den hab ich damals auf GTA Live kennengelernt. Ah, wo? Ah, wo, Digga? Du bist so gut an BMX. Danke, Bruder. Ich küsse dich. Aber da liegt dann der Stützräder-Mod. Hacker. 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 Simracing macht der. Du cheatest. Ich hab Input-Lag. Ich hasse es, wie die Pest. Racing-Scene. Mit Dizzy. Boah, ich hab gesehen, der Nils hat sich ja so ein Ultra-Ding gebaut da, ne? So mit Lenkrad und all so ein Dings, Alter. Oh, stimmt. Das hab ich auch gesehen. Ja, der fängt auch schon damit an, Alter. Hab aber letztes Mal Twitter-Bild bei ihm gesehen. Unge. Halbe Formel 1. Oh, da steckt man schon extrem Liebe rein, ne? Ah, das kostet doch ein bisschen, aber ich glaub, das macht unheimlich viel Spaß. Du bist der Yoshi. Haha, guten Tag Yoshi. Bist du der Yoshi von der KTM-Gang? Muss ich Angst haben jetzt hier. Soll du mit dem Kai kommst, mit dem Brecher. Keiner Brecher, Junge. Wurde, was weiß. Warum hab ich den Arm? Ah, das tut. Guten Abend, guten Tag, Oli. Master King, danke, dass ich heute Recep hab. Ich hab keine Ahnung, warum kein Dings kommt, Bruder. Ach, vor zwölf Minuten. Upsi. Aua. Trotzdem Dankeschön, Master King, für den Rissum 17. Grüße. Hab ich irgendjemanden vergessen? Kleiderbrecher. Ja, oder? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt real ist, da die Videos, die damals gedreht wurden. Ob der wirklich unterwegs war mit seiner KTM-Gängler. Die müssten sich ja da irgendwer bei gedacht haben, wenn die solche Videos aufnehmen. Langeweile. Meinst du? Weiß man doch nicht. Keine Ahnung, kann ich mir gut vorstellen. GTA, guck mal, die Waffe reicht nicht mal bis dahin. Ah, doch, die, die auch. WoW 11. Bist du schon 60? Hast du überhaupt gespielt, du Lügner? Nee, kein WoW. Man, alle sagen mir, das hat er doch noch richtig gut, dass ich fährt süchtig und ich habe keinen Bock, das zu streamen, Alter. Ich bin ganz ehrlich. Absolut nicht. Das ist einfach so todeslangweilig, Mann. Wenn man denkt, Kreis-RP ist schon langweilig, ne? Dann habt ihr euch noch keine WoW-Streams angeguckt. Leider schon. Langsweise. Ja, wenn das irgendwie so PvP geht, als er da World First Raced oder so, dann ist es okay. Tag, Tag, Amigo. Boah. Haha, da liegst du ein Lutscher. Haha. Gang IP for life, Motherfucker. Haha. Ja. Haha. Tach, tach. YouTube-Video kommt, abonnier mich, Glocke, alles, Bruder. Au rei. Miko noch ein bisschen schlechter einstellen. Ich habe eine geht ab, Bruder. Genau, dein Ding. Alles geht ab, habe ich gehört. Aber nee, ich bin nicht in der Sucht verfallen. 1000 Zuschauer, aber gefüllt nur 20 im Chat. Ja, dann müssen wir die mal triggern. Chat, zeig mal ein Duplo. Nee, Tänkepäckchen. Macht mal Tänkepäckchen. Ihr Bots. Das hat Leute immer wundert, dass viele zugucken, aber keiner was schreibt. Es gibt doch Streams, die sind mega chillig. Aber dann kommen die ersten rein. Warum hast du denn so viele Zuschauer, aber da schreiten so wenige? Alles gebottet. Das weiß ich selber nicht, Alter. Aber ich finde es sehr angenehm. Vor allem, weil es hier keine RP-Polizei gibt. Die sich aktiv da einmischen und rumholen, Alter. Aber wir machen da ja auch schon lange, ne? Z8, Z8. Nicht ein Hit gelandet, Junge. Jeder hat nur ein Tänkepäckchen. Ich bin... Ja, okay. Manchmal, weil ich Streams gucke, chatte ich auch oft rein. Bei Dexas zum Beispiel. Aber sonst gucke ich auch nur in die Fresse. Oder habe einfach Soundkulisse so im Hintergrund. Ich spiele irgendwas oder mache irgendwas und habe einfach Stream im Hintergrund auf. Verstimm damit, damit ich mich nicht so alleine fühle. Ich brauche dann irgendwie... Dankeschön, Moppy. Ich würde mich nicht eher fragen, warum mir tausend Leute zugucken und nichts schreiben. Ich würde mich eher fragen, warum mir tausend Leute zugucken, wie ich im Singleplayer mit dem BMX fahre, Alter. Aber ich bin sehr froh drüber. Ich bin sehr froh... Warte mal. Sitzt da ein Kopf drinne? Warum sitzt da ein Polizist in dem Auto? Was hat der denn geraucht? Wohin des Weges, mein Freund? Ja, der, Alter. Der verfolgt dich. Ja, aber mit so einer Karre? Ja, die klauen Autos, wenn sie kein Auto haben. Die klauen Autos? Ja. Kein Witz jetzt? Die sind kriminell, ja. Wenn sie kein Auto haben und nicht verfolgen wollen, dann klauen die Autos. Das wüsste ich gar nicht. Es ist einfach spannend, dir euch zuzuhören, zu sehen, wie du ein bisschen mit dem BMX-Bike rumdödelst und dabei den Abend ausklinken lässt. Jo. Das ist mir gechillig. Gibt's denn kein RP? Und was ist jetzt mit dem Mappen? Ne, heute gibt's kein RP. Und Mappen sind wir fertig. Ich hab keine Blutmuster am Rücken. Das käfert in deinem Auge. Mir geht's gut. Ein Pflaster und dann geht das wieder. Oh mein Gott. VDM. Ich brauch'n Clip. Ich muss Suppe in Küche. Das war VDM. Ist super. Seedusa, der neue Scheid teilt schon draußen. Ich weiß das gar nicht. Aber ich hab' irgendwie Angst um meinen Hals. Deswegen lachen. Ach, die Bienchen lebt auch noch. Die Cringe-Pumpskönigin. Aua. Ich hab' nicht hingeguckt. Kommt am 12.2. Also soon, ne? Passt ja perfekt zu mir. Schon gar nichts mehr mit drin. Eine Cringe und mit RP. Ach, du bist ja jetzt in der WoW-Pommes, ne? Ich hab' dich doch, glaub' ich, gegankt auf'n Classic-Server. Nee. Nee, du warst auch Horde. Wen haben wir denn nochmal gegankt? Wir haben vom Hoover den... Jamar hat von Hoover den Dings gegankt, Alter. Ach, wie hieß denn jetzt nochmal der Rapper? Äh, Dillo. Ja, Dillo, genau. Der hat gestreamt. Jamar hat den gestream-snapet und gegankt die ganze Zeit. Bis der gequittet ist. Auf Classic hätt' ich Bock mal Naxxramas noch mal raiden. Das heißt, die noch... Ah, ja doch. Abo. 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 Nein, Mann, der WoW ist voll entspannt, wenn du den richtigen Server gefunden hast. Du bist zwölf Jahre alt, der Stream ist aber ab 18. Raus hier. Big Tasty. Kümmer dich drum. Lass dir gar nicht zugucken, mein Freund. Hier werden manchmal schlimme Sachen gesagt. Ich geh was essen, ich hab Hunger. Oh, Ty ist doch auch online. Ich dachte, der zackt heute nicht. Ah. Ah. Oh, Yadi ist auch... Komm, ich klebe euch mal bei Yadi rein. Die ist auch ne nette. Ist auch ganz liebe. Das stimmt, was der Joshua schreibt. Ich würd' bei Twitch nicht reinschreiben, ich bin zwölf oder so. Dafür kriegst du ne Bank neben. Egal, kenn' eh schon alle Schimpfwörter. Darum geht's ja nicht, mein Freund. Aber ich bin kein Vorbild für dich. Weil ich hab' manchmal hier so... Hier drinnen... Sind schlimme Sachen. Das ist nix für deine Ohren. Im Bauch? Ne, so mein Kopf. Also. Aber dankeschön. Hehehehe. So. Ich wünsch' euch ne wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Gucken. Wir können ja try morgen im FPÖ, ob irgendwas abgeht. Wenn nicht, dann machen wir was anderes. Vielleicht find ich ja auch gleich meinen alten Steam-Account und lad' da sie schon mal runter. Aber. Irgendwas wird uns schon einfallen. Wenn nicht, nehm' mal Mapping-Aufträge an und ihr könnt mitbestimmen, was gemappt werden soll. Oder was für Objects geplaced werden und bla bla bla. Ab, 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 gang, wie's geht. Zockt doch gar keiner mehr. Ich kann mal nachfangen. Ich hab' aber vom Teddy nen Sea of Thieves-Dings-Key geschenkt bekommen. Dat könnte ich mir eigentlich mal runterladen. Ab in ne Piratenpommes ein bisschen, Alter. Aber soon. Ich wünsch' euch noch einen wunderschönen guten Abend. Lasst euch nicht anquatschen. Benimmt euch. Ich liebe euch. Alle. Aber ich geh fremd. Das sag' ich vorher schon. Damit müsst ihr klarkommen. Tschuhus. Und seid lieb bei der Yadi. Nicht Yadis, sondern Yadi. Lieb sein. Tschuhus. Tschuhus. Winke, winke. Tschuhus. Und Dankeschön. Tschuhus. Tschuhus. Nochmal Keiko schlau, damit ich weiß, dass ihr gehört habt. Und dann gehen wir in ne Raidpommes hier links rein. Tschuhus. Tschuhus.